Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 446. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Duke. Ja, servus, hallo. Die Patricia. Hallo. Und der Marvin hat sich vom Redline Day auch noch hier rüber geschleppt. Gerobbt, hallo. Anstrengende Tage für den lieben Herrn Marvin und wir müssen nochmal tatsächlich über Transfers heute reden und auch über Fußball, also wenn er das nicht in den letzten zwei Tagen schon mehr als genug getan hätte, bevor wir dazu kommen, aber natürlich ein bisschen obligatorisches Housekeeping, weil wir ein Projekt sind, was sich zu einem sehr, sehr großen Teil von Spenden unserer Hörerinnen und Hörer finanziert, wofür wir ganz großartig dankbar sind und wir picken uns immer stellvertretend den ein oder die andere raus, die wir hier namentlich erwähnen. Und ich möchte diesmal namentlich den Florian erwähnen. Wenn ihr da draußen wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann schaut ihr mal unter eintracht-podcast.de nach und wir sagen ganz vielen Dank. Spenden hat wahrscheinlich auch die Eintracht gebraucht, um hier den ein oder anderen Transfer über die Bühne zu bekommen. Bevor wir gleich über Abgänge und diese Kostic-Thematik sprechen, lass uns doch vielleicht mal einen Blick auf die Zugänge werfen, da gab es ja jetzt den ein oder anderen. Mit welchen möchtest du anfangen, Marvin, du als hier unser Transferspezialist? Jakic, Lammers oder Matanovic? Ich habe gedacht, ihr sprecht erstmal. Ich glaube am größten und ich glaube für alle sehr, sehr interessant ist natürlich erstmal Sam Lammers, der Stürmer, der die ganzen Wochen gefordert wurde. Also nicht als Name, aber doch als Person, dass jemand kommen sollte, der wirklich als zentraler Stürmer für einen Aufwind sorgen kann. Und genau das ist es jetzt geworden. Über die Tragweite können wir natürlich jetzt sprechen. Aber es ist so, wir haben einen Stürmer bekommen. Die Eintritt hat einen Stürmer erstmal geliehen. Eine Kaufoption wird jetzt gerade verhandelt. Mit Atalanta Bergamo, vielleicht läuft es noch. Wir wissen ja alle, wie es bei Silva war. Der ist auch erstmal als Laie gekommen und dann wurde nachträglich eine Kaufoption rein integriert in den Vertrag. Genau so sieht es jetzt auch aus. Aber ich freue mich, einen 24-jährigen jungen Niederländer zu haben, der bestimmt ein bisschen Bock mitbringt. Weißt du denn, wo das erste Mal hier tatsächlich über Sam Lammers als einen möglichen Eintracht-Stürmer gesprochen wurde? Wahrscheinlich im Eintracht-Podcast. Korrekt. Weißt du auch noch, in welcher Folge? Nein. In der Folge 421 hatten wir tatsächlich den Namen schon mal auf der Liste. Da hatten wir nämlich den Quirin von CreateFootball. Ja, okay. Und er hatte uns damals Namen mitgebracht, wo er gesagt hat, so ey, such doch einen Stürmer. Wir haben mal geguckt, wer so Richtung Haller-Alternative gut zur Eintracht passen würde. Und da war tatsächlich damals Sam Lammers einer der Namen, die er uns mitgebracht hatte. Siehst du, also die Daten, sie lügen nicht. Genau, es hat jetzt einfach nur ein halbes Jahr länger gedauert. Aber ansonsten scheint das eine gute Verpflichtung zu sein. Hat ja bei Atalanta leider nicht ganz so oft spielen können. War ja, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen mit Verletzungssorge da unterwegs. Ist, glaube ich, auch so ein Kandidat, in dem immer viel erwartet wurde, der jetzt aber gerade da zumindest nicht so viel bringen konnte. Passt, glaube ich, ja auch so ganz gut in das Beuteschema der Eintracht. Also ich freue mich tatsächlich sehr auf ihn, weil ich ihn damals nach dieser Folge über der Kieren da war, als eine gute Alternative gesehen habe. Und glaube auch gerade in der Kombination mit Bore. Du hast einen relativ großen Stürmer, der Bälle festmachen kann, der aber eben auch jetzt nicht zu den Langsamsten gehört und auch irgendwie in der Lage ist, Tore zu machen. Den neben Boree und der dann vielleicht auch mit der einen oder anderen Flanke da umgehen kann. Also ich freue mich da schon so ein bisschen drauf. Wie groß ist denn deine Freude, Patricia? Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ein Stürmer gekommen ist, überhaupt erst mal. Also das war ja jetzt auch noch nicht zu 100 Prozent klar. Klar muss man sehen, dass man ihm jetzt auch wahrscheinlich noch mal Zeit gibt. Ich meine, er hat ja jetzt nicht besonders viel Spielpraxis bei Atalanta gehabt zuletzt und dann auch noch mit den Verletzungen. Der muss sich erst mal einfinden, aber von den Voraussetzungen her klingt das ja schon mal gut. Und ist ja eigentlich das, was gesucht wurde. Zumal ich auch denke, irgendwo gibt es immer einen kleinen Abstrich, den man machen muss, um überhaupt einen Spieler zu bekommen. Also wir hätten jetzt halt auch keinen Stürmer bekommen aus der Serie A, der Stamm spielt und alle Voraussetzungen mitbringt, weil wäre ein bisschen teuer geworden wahrscheinlich. Von daher bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Es ist jetzt nicht Vinicius geworden. Es hing wahrscheinlich dann auch am Finanziellen. Also Benfica wollte nicht so, wie die Eintracht wollte und dann ist es halt nicht so. Aber ich denke, mit Lammers sind wir auch ganz gut aufgestellt. Und ich wusste schon, irgendwo kommt mir der Name bekannt vor. Also irgendwo habe ich den schon mal gehört und war auch schon mal mit der Eintracht in Verbindung. Und jetzt weiß ich auch, dass es hier im Podcast war. Also danke für die Erinnerung. Ja, also ich bin relativ zufrieden damit. Weiß nicht, wie es bei Dennis ist. Oh, also ich muss tatsächlich sagen, ich war anfänglich ein bisschen enttäuscht, weil natürlich müssen wir hier sagen, das wird unsere Nummer, denke ich zumindest, eine ganz wichtige Spitzenposition wieder einnehmen oder einnehmen müssen. Denn man hat wieder am letzten Wochenende, fand ich, gesehen, dass ein Ache auch noch Zeit braucht. Paciencia, klar, in der Zeit, in der er mal drin war, hat er schon ein paar Akzente gesetzt, will ich aber auf keinen Fall eine Saison drauf aufbauen. Und somit ist natürlich so eine Verpflichtung. Also ich hatte sehr große Erwartungen, habe gehofft, dass im Endeffekt ein gewisses Risiko vielleicht auch eingegangen wird, weil wir einfach da so eine große Vakanz haben. Und ja, war im ersten Moment war erstmal so, puh, ja, Lammers, kann er uns da weiterhelfen? Auf der anderen Seite, ihr habt es schon richtig zusammengefasst, auch in der Kombination vielleicht auch mit den Spielern, die jetzt noch vorne dabei sind, wie ein Boré, vielleicht kann ein Ache besser ins Spiel gebracht werden. Und ein Paciencia kann sich vielleicht mit anhängen, denn das ist so meine Hoffnung dementsprechend. Man muss den Leuten die Zeit geben. Er hat wohl, ihr habt es richtig auch vorhin schon gesagt, mit den Verletzungspeche auch ein bisschen gehabt. Vielleicht kann er bei uns aufblühen. Wir hatten ja schon einige Spieler, die dann hier die Eintracht als Sprungbrett benutzen konnten. Und ja, dementsprechend hoffe ich einfach mal drauf, dass er eine super Leistung zeigen kann und dem Verbund vorne die Leistung bringen kann. Ja, schauen wir mal. Also wird halt jetzt spannend, dann auch zu der Frage kommend, da können wir glaube ich gleich, wenn wir die restlichen Verpflichtungen noch durchhaben, mal gucken, was denn so eine 1A11 wäre. Weil das ist ja dann auch wiederum die Frage, wie dann da eingesetzt wird. Ja, aber nochmal ganz kurz zu ihm, weil ich glaube, wir sind ja noch nicht durchdiskutiert. Wir müssen dann noch schon nochmal ein bisschen genauer darüber sprechen. Also Patricia hat es ja schon gemeint. Natürlich ist jetzt Sam Lammers nicht genau derjenige, den sich vielleicht Leute erhofft haben, als sie gedacht haben, okay, da kommt jetzt ein Stürmhammer. Also da kommt jetzt irgendwie Vinicius. Patricia hat es ja schon angesprochen. Davor hatten wir über Colomani gesprochen. In den letzten Monaten gab es viele andere Gerüchte. Dieser wilde Transfermarkt hat ja extrem viele Blüten hervorgebracht, die nicht wirklich angefangen haben, eine schöne Pflanze zu werden. Also da war viel Interessantes dabei, aber wenig hat sich konkretisiert. Und am Ende ist es Sam Lammers geworden. Klar, man könnte sagen, es ist vielleicht so eine 1B-Lösung. Auch die Tatsache, dass es jetzt erstmal nur eine Laie ist, wie gesagt, Kaufoptionen wird dann dementsprechend nachverhandelt, zeigt, wie kurzfristig dann doch wieder alles war. Also ich gehe davon aus, dass vieles nicht so geklappt hat, wie man sich das erhofft hat. Colomani war ein heißes Thema, aber da ist wahrscheinlich die Eintracht so ein bisschen zurückgeschreckt, weil der Verein dann plötzlich irgendwie sehr unzufrieden war mit den Verhandlungstaktiken. Der wird im Sommer dann ablösefrei. Vielleicht könnte das dann nächstes Sommer was werden. Also es ist ein bisschen, es ist eine interessante Transferperiode, weird auf jeden Fall auch, aber es ist schon so, dass wir mit Sam Lammers, der ein super Auge für seine Teammitglieder hat. Ich habe mir Videos angeschaut, der eine krasse Ballbehandlung, ein sehr guter Dribbling-Künstler ist. Das sind alles Pro-Argumente. Du hast eben gesagt, ja, er war länger verletzt und das war ein großes Problem. Andererseits ist er jetzt auch schon wieder eine ganze Weile ohne Verletzungen fit, kommt nicht mehr so richtig rein. Der Bergamo ist natürlich auch ein absolutes Top-Team. Die sind da vorne gut besetzt. Also insofern ist es vielleicht für ihn eine Chance. Er ist ein Mittelstürmer und ich hoffe, dass er jetzt gleich voll angreifen kann, jetzt die Zeit ein bisschen bekommt und dann vielleicht schon zum nächsten Spiel nach der Länderspielpause eine Option ist. Ich glaube, das wird ihm auch helfen, dass er jetzt weiß, es wird auf ihn gesetzt. Also ich meine, wir wissen alle, die Optionen sind jetzt nicht herausragend bei der Eintracht, also vor allem was seinen Spielertyp angeht. So einen haben wir erst mal noch nicht im Kader und er wird jetzt halt da schon ins kalt Wasser geworfen, denke ich, und wird dann auch jetzt seine Spiele machen und vielleicht hilft ihm das auch einfach. Also die Anlagen hat er und was ich jetzt so gelesen habe, er war ja auch nicht schlecht, wenn er gespielt hat bei Atalanta, also wenn er dann nochmal zum Zug kam. Von daher habe ich da jetzt schon Hoffnung, dass das wird, wenn er jetzt auch Spieleinsätze bekommt und ja, auf ihn gesetzt wird. Und ganz klar ist, hey, du bist unser, ja, zumindest Nummer eins Stürmer, was da das Zentrum vorne angeht. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das auch hilft. Ja, er hat halt einfach unwahrscheinlich wenig Spielminuten in der letzten Saison, komm, in der letzten Saison der Serie A, beziehungsweise hier Champions League Coppa Italia auf knapp 300 Spielminuten. Das ist quasi nichts. Also ich muss sagen, ganz kurz nochmal zu dem Thema. Wir haben hier natürlich wahrscheinlich nicht den eiskalten Knipser geholt, den wir vielleicht alle herbeigesehnt haben, wo wir gesagt haben, A, gerade jetzt momentan die Kritik, die auch Boré und so weiter jetzt regelmäßig einstecken mussten, obwohl, und da muss ich immer an dich Marvin denken, Leute, reißt euch erst mal zusammen, wir haben den dritten Spieltag gerade fertig, wir machen uns nicht verrückt, hier ist noch vieles drin. Die Spieler können auch im Endeffekt danach noch sehr viele Tore machen und nur weil jetzt ein Spieler mal ein paar hundertprozentige hat bliegen lassen oder sie gar nicht aufs Tor gebracht hat, heißt das nicht, dass er es nicht kann, sondern vielleicht muss da erst der Knoten platzen. Weiß ich nicht, ob Sam Lammers da der Richtige ist, aber zumindest, glaube ich, haben wir eine Option geholt, der uns Flexibilität reinbringt und vielleicht auch ein Spieler wie ein Boré oder auch, wie gesagt, Pacenze Ache eine noch bessere Position bringen kann, die dann auch vielleicht und hoffentlich im Verlauf der Saison dann auch das entsprechende Glück in dem Abschluss finden und die Chancenverwertung noch ein bisschen steigt. Das ist ein großer Kritikpunkt, da muss man auch sagen, ja, das stimmt, die Chancenverwertung ist aktuell eher mies, da muss ich was tun. Trotzdem, denke ich, haben wir auf jeden Fall mit diesem Stürmer Typus, zumindest was man eben auch, ihr habt vorhin schon mal so einen schönen Haller-Vergleich gemacht, ich kann mir schon vorstellen, dass er auch diese Verteilerrolle da einnehmen kann und ja, dementsprechend hoffe ich einfach, dass die anderen ein bisschen Zielwasser in den nächsten Spielen getrunken haben, wie man so schön sagt und dann wäre das doch prima. Das kann schon eine große Entscheidung sein, ob er selbst der Knipser wird, ist zumindest aus der, was man so von ihm vorher gesehen hat oder auch die Daten sich angeguckt hat, glaube ich gar nicht das, was jetzt unbedingt in, wo man die große Hoffnung jetzt reinlegen darf oder wo man sagen muss, das ist aber auf jeden Fall der Knipser. Wenn so ist es super, aber das ist vielleicht gar nicht die Rolle, die er einnehmen muss. Das kann schon ein extrem guter Knipser sein, aber ich will nochmal auf den Punkt gehen, den du gerade gesagt hast, weil das ist wirklich auch sehr gewichtig, dass er nicht nur durchaus auch Zielwasser getrunken hat, sondern dementsprechend auch die Möglichkeit hat, über eine sehr gute Verteilung verfügt und auch mal auf Flanken, gute Flanken schlagen kann. Es ist ein feiner Fußballer und das ist gut. Ja, also ich freue mich tatsächlich sehr auf ihn. Klar bin ich auch ein bisschen enttäuscht, spätestens nachdem ich diese Gerüchte gelesen habe, dass eventuell CR7 ausgeliehen wird, da war ich natürlich hoch euphorisiert. Da ist das natürlich jetzt schon definitiv B-Ware in dem Vergleich, aber trotzdem freue ich mich extrem viel auf ihn als Stürmer, gerade auch in der Kombination mit Boree und mit den anderen, die jetzt da sind und geblieben sind. Also ich habe jetzt wieder richtig Bock. Das ist wichtig, sehr gut. Vielleicht euphorisiert euch ja ein bisschen mehr der zweite Transfer, den wir da auf der Liste haben. Wir haben tatsächlich einen Sechser bekommen, der wurde ja gestern schon bekannt gegeben. Christian, sagt mal Christian oder Christian oder was? Jakic. Ebenfalls ausgeliehen. Da ist allerdings relativ klar, dass da wohl eine Kaufoption im Vertrag drin ist von Dynamo Zagreb. Als Sechser und da habe ich auch schon Verschiedenes gelesen, dass man sich extrem auf diesen Spieler freuen kann, weil er eben nicht nur aggressiv in der Balleroberung ist, sondern auch guten Fußball spielt. Also er passt tatsächlich auch in die Riege der motiviert kreativ spielenden neuen Spieler rein, die wir da haben. Also tatsächlich auch, glaube ich, eine ganz gute Verpflichtung. Ich habe jetzt bislang relativ wenig von ihm gesehen. Was aber definitiv für ihn spricht, ist, dass er im selben Verein Fußball spielen gelernt hat wie ein gewisser Ante Rebic. Wie sehr zündet dich das denn an, Patricia? Das hat mich komplett abgeholt, muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Nee, aber auch, was man jetzt so gehört hat, klar, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe die Spiele von Dynamo Zagreb verfolgt. Das ist jetzt leider nicht der Fall, aber was man jetzt, ich habe mir jetzt halt, klar, diese Highlight-Videos auf YouTube sind auch mit Vorsicht zu genießen, aber ist halt das Erste, was man so sehen kann von einem neuen Spieler. Und da ist halt schon stark aufgefallen, dass er sehr, sehr gerne so Seitenverlagerungen macht und dann aber auch sehr präzise, lange Bälle spielen kann. Also falls es darauf mal ankommt, das kann er auf jeden Fall. Ja, habe ich bislang im Spiel der Eintracht noch nie gesehen, dass wir diesen Trick angewendet haben. Also das kann er, das bringt er jetzt mit. Aber auch, er hat ja auch von sich selbst gesagt, dass er ein relativ aggressiver Spieler ist, was auch das Anlaufen angeht, was die Balleroberung angeht. Und das sind halt alles Elemente, die ich mir auch vor allem neben Sow ganz gut vorstellen kann. Einfach, weil er auch so vielleicht dann auch schon mehr der körperliche Spieler ist, den wir da auch brauchen. Und als Rode-Ersatz, um das jetzt mal so zu sagen, finde ich das schon ganz gut. Also freue ich mich drauf, bin ich mal gespannt, wie das dann auch letztendlich aussehen wird, wenn er auf dem Platz steht für die Eintracht. Ist er denn, was meint ihr denn? Ist es denn eher dann an der Stelle ein Rode-Backup oder ist es wirklich sowas, dass wir theoretisch sein kann, dass wir in Zukunft mit Sow und ja hier unserem schönen Jacket spielen und ein Rode dann sogar Probleme hat, in die Startelf zurückzukommen? Kann man jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht seriös beurteilen, weil ich glaube, auch ein Jacketsch, der okay, ein guter Spieler ist. Ich glaube, das wird schon interessant. Wie gesagt, ich hätte mir vielleicht ein paar andere Nummern sogar noch erhofft. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie ungeduldig sein oder so, aber ein Lovro-Meyer, ich habe es vorhin schon bei Fußball 2000 gesagt, wäre nochmal eine andere Nummer gewesen, der dann zu Rennen gewechselt ist. Das wäre halt ein krasser, krasser Spieler gewesen. Ja, also da ist halt Jacketsch eine Kiste da drunter, aber es ist natürlich auch so, dass eine andere Erwartungshaltung dann auch vorherrscht. Wenn du Lovro-Meyer holst, dann musst du dir überlegen, ja gut, was mache ich denn jetzt mit Rode und einem Sow. Und so ist es natürlich schon so, dass Jacketsch die Möglichkeit hat, da reinzurutschen. Aber wenn Rode erst mal wieder fit ist, dann wird er natürlich der Erste sein. Aber dieser Zweikampf, der jetzt dadurch ein Stück weit entbrennt, ich glaube, der kann helfen. Und am Ende ist es dann auf jeden Fall so, dass du einen guten Backup hast, dass du jemanden hast, der eine ordentliche Ballverteilung besitzt, der zielgenaue Pässe schlagen kann, der auch nicht nur ein Grobholzer ist. Das ist schon nicht so verkehrt in einem Alter, 24, bei dem man auch in Deutschland erst mal Bundesliga fassen muss. Aber ich glaube an ihn. Ja, die Frage ist ja auch, ab wann Rode dann tatsächlich wieder fit ist und wie viele Spiele dann tatsächlich da dann auch auf dem Zettel stehen. War ja auch eine feste Forderung von uns, im defensiven Mittelfeld nachzupressen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ja, brauchst du definitiv. Also du brauchst es definitiv einen für diese Position, auch wenn ich diese Kombination aus Rustic und Soho durchaus mag. Aber du hast halt auch im Spiel am Wochenende gesehen, wie sehr dir das dann da halt fehlt, wenn du da halt keinen hast, der mal sehr aggressiv in der Defensive da agiert. Ja, aber das ist ganz gut, dass du das jetzt schon sagst. Ich weiß nicht, wie sehr wir dann gleich noch auf das andere Spiel abgehen. Aber so gut das in der Offensive funktioniert mit Rustic, desto problematischer ist es halt auf der Defensivsituation. Und Rustic ist ja jetzt auch nicht gelernt, aber du merkst, im Zurückgehen gibt es ein paar Fehler, sind ein paar Fehlpässe dann dabei, wo er auch ein bisschen vogelwilder steht. Dann kannst du froh sein, dass du mit Soho jemanden hast, der ihm viel Backup gibt, der dann auch ein bisschen was ausgearbeitet hat, was irgendwie fehlgegangen ist. Also Rustic ist in der Offensive schön. Wir erinnern uns hier an den guten Lupfer, den er zu einem Mitspieler hatte, dann die Tormöglichkeit eröffnet hat. Aber defensiv ist das Schwierige und da ist ein Jarkic natürlich wesentlich stärker. Ja, ich muss aber sagen, Marvin, ganz kurz nur da bei, wenn du dann da, ich finde da verschwendet. Dann Soho aber sein Potenzial und du bindest einen Spieler, der eigentlich noch viel mehr nach vorne machen könnte. Auch ein anderer Spielertypus ist, wenn du Rustic auf dieser Position hast und Soho eher so der Ausputzer ist, finde ich, ist nicht die optimale Lösung. Also ich muss wirklich sagen, ich bin da voll auch bei euch, dass ich eher sage, lieber Rustic noch eine Reihe nach vorne, dafür hinter ihm noch im Endeffekt vielleicht Jarkic oder Rode, wenn er natürlich auch fit ist, gerne. Aber ich glaube auch, dass die Position sechs und insbesondere defensiv orientierte sechs Rustic nicht so passt. Deshalb bin ich auch super zufrieden, dass wir da noch jemanden geholt haben. War jetzt wahrscheinlich auch eher der Notnagel, also mit dem Rode-Ausfall und dann wollte man vielleicht auch nicht Hasebe unbedingt auf die sechs widerstellen. Und dann war es halt vor allem, weil man ja auch nach vorne irgendwie so ein bisschen Probleme hatte, Tore zu erzielen und so weiter. Und dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, gut, dann Soho Rustic ist eine offensive Variante, aber kann ja klappen. Aber wie wir schon gesagt haben, das ist halt für die Defensive, glaube ich, auf Dauer vor allem dann auch gegen andere Mannschaften, die jetzt vielleicht dann noch aggressiver sind, schwierig. Also deswegen bin ich ganz froh, dass wir da nachgelegt haben, vor allem, was wir auch gefordert hatten. Stürmer und Sechser war, glaube ich, so ganz oben auf der Liste und das wurde ja jetzt abgearbeitet. Und schön zu sehen, dass das passiert ist und dass man sich da jetzt weniger Sorgen machen muss, hoffe ich zumindest. Genau. Also ich glaube, jetzt haben wir erstmal diese Gewissheit zu wissen, wie die Mannschaft aussieht, mit der jetzt gearbeitet werden kann. Jetzt kommt diese Länderspielpause, in der man dann tatsächlich mal an Setting, Strategie, Spielweise, Formationen arbeiten kann. Und ja, dann wird sich das zeigen im nächsten Spiel. Trotzdem eine Frage noch zu den zwei Transfers hier. Ist es euch, und ich habe es bei Marvin, denke ich, ein bisschen rausgehört, dass ich denke zumindest, dass es bei Marvin so ist. Bei mir ist es nämlich auch so, die Spieler sind mir fast eine Kategorie für den Anspruch, den ich an die Eintracht eigentlich habe und einfach aus der Entwicklung heraus, fast eine Kategorie zu niedrig. Also ich sage mal, sag mal, ja, sag du erst, René. Gleiche Theorie hatte ich auch schon. Es waren jetzt keine maximal offensichtlichen. Es war schon so ein bisschen um die Ecke vielleicht auch gedacht. Bis auf Lamas, weil wir darüber ja schon mal gesprochen haben. Aber ich fand es auch tatsächlich ein bisschen zu wenig Risiko. Ein bisschen zurückstecken, was die Ansprüche angeht. Und meine Theorie ist, dass es tatsächlich da mit zusammenhängt, dass jetzt keine Abgänge mehr großartig realisiert werden konnten und dann vielleicht auch ein bisschen die Kohle am Ende gefehlt hat. Weil du natürlich auch, das hatten wir auch schon bei beiden gesagt, sie sind jetzt erst mal geliehen und es gibt eine Kaufoption, beziehungsweise eine Kaufoption, die noch verhandelt wird. Also du hast ja jetzt hier nicht mit Nägel, mit Köpfen gemacht, sondern das ist so sehr taktierend und abwartend. Und das ist tatsächlich so das Manko, was ich dabei auch so ein bisschen habe. Falls es die Richtung war, die du meintest, Dennis. Ja, auch auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, ich habe auch auf der Sechser-Position, gab es natürlich schon noch den einen oder anderen, der mir vielleicht auf der Position noch ein bisschen besser gefallen hätte. Der vielleicht noch eine kleine Kategorie, wenn du dir das dann auch anschaust. Klar, Transfermarkt ist immer vorsichtig zu betrachten, aber ein 4 Millionen Marktwertspieler auf der Position, der natürlich Entwicklungspotenzial hat. Auch Zagreb, Top-Verein, alles gut. Gut, trotzdem hatte ich gehofft, dass wir einfach eine Etage drüber schon als Laie auch eventuell leisten können. Denn du hast schon richtig gesagt, wir haben ja nicht mal gekauft, sondern wir haben noch mal geliehen. Kann sein, dass einfach durch die Kürze, ich glaube Marvin, du hast es schon angesprochen, dass es einfach jetzt mit heißer Nadel gestrickt war. Und dementsprechend sind wir froh, dass überhaupt einer da ist. Bin ich auch. Es ist nur irgendwie so ein bisschen irritierend. Das Fenster war ewig lang offen, wissen wir alle. Es gab Probleme, klar, wir wissen alle um die Problematik mit, jeder hat gedacht, Junis ist schon weg, dann hast du doch die Erlösen nicht generiert bis jetzt. Dann auch mit Kostic und so weiter und so fort. Schwierige Hausnummer. Trotzdem finde ich es schade, dass wir irgendwie dann doch auf der Stelle treten. Jarkic Transfer, ich dachte, wir sind einfach vielleicht schon sowas, dass wir eine Etage höher schon einkaufen können. Und das möchte ich jetzt nicht mit abwerten für Jarkic, sondern lediglich auf die, was wir da ungefähr kosten, was ist ungefähr so der Marktwert und so weiter. Dachte ich einfach, dass wir schon einen Schritt weiter sind. Ich weiß nicht, ob es einfach jetzt eine subjektive Sache ist und objektiv gar nicht begründbar. Das war einfach nur die Frage. Geht es euch da auch so, dass ihr irgendwie so, ja, man ist froh, dass überhaupt was gemacht wurde. Und oh Gott, oh Gott, das waren jetzt hier die absoluten, ja, wichtigsten Stellen, gerade im Sturm und auf der Sechs, dass da nochmal nachgelegt wird. Die Qualität, muss man einfach sagen, man hat einfach doch nochmal ein bisschen was anderes, weil es natürlich auch mit den Gerüchten, vielleicht hat man sich davon auch ein bisschen drängen und leiten lassen. Die Kreativität war ja wirklich riesig. Aber es ist so irgendwie, ich bin zufrieden, aber andererseits einfach doch ein bisschen enttäuscht, dass die Eintracht doch diesen nächsten Entwicklungsschritt noch nicht gemacht hat. Aber liegt wahrscheinlich auch an Corona und so weiter, aber ist natürlich alles schwierig. Marvin, du hattest gerade angesetzt. Naja, also Dennis hat ja schon vieles gesagt, von dem ich auch glaube, dass es natürlich damit zusammenhängt und glaube ich auch. Insofern relevant ist, dass wir, dass viele Steinchen nicht gefallen sind, die das, ja, wie soll ich sagen, die ersten Domino-Steine sind nicht gefallen. Wir hatten den Silvertransfer, der hat uns einigermaßen gute Erlöse gegeben. Jetzt muss man überlegen, dass wir einen hohen Verlust über Corona hatten, der auch erstmal aufgefüllt werden muss. Das heißt also, vielleicht ist vieles von der Silversumme dann vielleicht sogar darauf gegangen. Und dann hatte man gedacht, okay, man wird noch weitere Erlöse erwirtschaften, beispielsweise durch einen Patientia-Transfer oder einen Transfer von, was man ja erst nicht gedacht hat, von Yunus, der dann irgendwie gedacht hat, er wird dann doch gehen. Und das, dann hat man dann auch damit geplant und hat noch gehofft, dass man für den einen oder anderen vielleicht auch nicht nur eine Laie instand setzen kann, sondern vielleicht auch einen Verkauf. Hier ziehe ich auf Zuber ab, der zwar geliehen, verliehen wurde, was gut ist, weil rund drei Millionen Summe pro Jahressumme, also sein Gehalt, da wurde ich eingespart, was natürlich eine Hausnummer ist. Aber es ist halt trotzdem nicht massiv viel passiert und auf der anderen Seite war die Eintracht an anderen Spielern dran und das hat dann aus anderen Gründen nicht geklappt. Deswegen, ja, ich würde auch, ich kann es verstehen, ich kann auch jeden verstehen, der da gedacht hat, okay, wir hätten noch die Nummer drüber haben wollen und vielleicht auch haben können. Aber man muss auch sagen, und das ist halt klar trotzdem irgendwo gewesen, dass es halt nicht so einfach ist, weil wir haben es verpasst, in die Champions League zu kommen. Und da will ich jetzt nicht schon wieder damit anfangen, aber das wäre der Türöffner gewesen für eine neue Ära. Und die hat man als Gesamtkonstrukt der Eintracht nicht erreicht. Und das hat man, ja, verblasen, muss man sagen. Auch deswegen ein bisschen Unzufriedenheit von Kostic wohl gewesen, der sich da ja sehr eifel eingesetzt hat, aber es reicht halt nicht, wenn sich nicht alle so gleichermaßen einsetzen. Und das ist natürlich ein unzufriedenes Moment und das ist dann dementsprechend auch was gewesen, was die Tür nicht nach ganz oben geöffnet hat und dementsprechend uns finanziell vor neuen Herausforderungen gestellt hat. Und ich glaube zumindest, und das ist der ganz, ganz positive Fakt, wenn ich es extrem positiv auslegen will, dass uns die neuen Transfers nicht großartig finanziell belasten und dass wir dadurch wahrscheinlich coronamäßig ganz gut unterwegs sein dürften, was wir mal ganz positiv formulieren. Es ist ja auch die Frage, was willst du am Ende des Jahres erreichen? Was ist eigentlich die Zielsetzung? Ich glaube, ihr hattet ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich weiß es gar nicht mehr. So ein bisschen, ja. Aber, also das ist ja die Zielsetzung, ist ja, musst du sagen, was gehst du an Risiko? Ich glaube, Marvin, das trifft schon ganz gut. Das sind jetzt hier sichere Nummern, die dich nicht in ein totales Risiko stürzen. Du darfst aber jetzt auch hier von dem Kader, den wir hier haben, nicht erwarten, dass du eine ähnliche Saison abreißt wie in der letzten Saison noch. Nee, das wird auch anders, das wird auch anders. Aber andererseits ist es halt auch so, ist doch klar. Es ist also, hast du die Champions League erreicht, dann wäre die Möglichkeit gewesen, die nächste Tür aufzustoßen, Spieler zu holen von der Kategorie, von der du normalerweise nicht gedacht hättest, die zu Eintritt wechseln können. So, das hat nicht geklappt. Das muss man festlegen. Und dann ist natürlich so, okay, es gibt einen Abgang mit Silva, verdammt. Ja, weil Silva war ein klasse, klasse Scorer. Für 25 Millionen, eigentlich zu wenig. Wir nicken es noch ab. Und dann plötzlich gibt es ja gewisse Gefahren. Dann gibt es ja plötzlich, Kostic geht weg, das wäre ein krasser Zusammenbruch gewesen. Wie das jetzt im Endeffekt anders ist, darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber im Endeffekt ist es ja dann doch so, dass man sagt, okay, hier bricht da ein bisschen was zusammen. Jetzt ist es zum Glück gar nicht ganz zusammengebrochen und es wurde so ein bisschen geflickt. Und du musstest auch damit arbeiten, dass Bobic Individualabreden abgehalten hat, beziehungsweise Individualabreden fixiert hat, von denen ein Krösche vorher nichts wusste. Das heißt, es sind viele, viele schwierige Einzelpunkte, die dann zusammenwirken, dass es vielleicht eher nicht so wird, dass wir jetzt noch mal ganz nach vorne angreifen diese Saison, sondern halt, ich meine dafür halten, eher so in der Mitte durchrutschen und eine schöne Europacup-Saison erreichen. Aber ich spreche die ganze Zeit so viel. Patricia, was ist dein Tag dazu? Sehen wir das zu negativ mit den Neuzugängen? Ja, ich finde es jetzt aktuell schwierig zu bewerten, einfach, weil man jetzt sehen muss, wie die sportlich weiterhelfen werden. Also ich finde an sich, ich kann den Punkt verstehen, dass man sagt, ja, man hätte sich da vielleicht irgendwie was noch Krasseres gewünscht. Andererseits habt ihr das, glaube ich, schon gut zusammengefasst. Das sind wahrscheinlich einfach die Umstände. Ich gehe davon aus, dass das jetzt auch so ein bisschen eher die Alternativen waren als die Lösungen, die man sich gewünscht hatte. Was durch diverse, aus diversen Gründen halt nicht zustande gekommen ist. Ja, von daher bin ich aber trotzdem eigentlich noch relativ positiv gestimmt. Man hat, wie gesagt, die Positionen besetzt, die man besetzen wollte. Man hat da auch Spieler, das sind jetzt auch keine Graupen, also habe ich zumindest nicht das Gefühl. Die werden auch sportlich weiterhelfen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das zumindest noch mal Elemente reinbringt, die gefehlt haben. Und jetzt hat man jetzt, das Wichtigste ist, glaube ich, man weiß jetzt, wer ist da, wer ist nicht mehr da und kann den Kader jetzt formen und sich irgendwie eine Startelf basteln. Und jetzt ist es halt Glasners Job, da zu schauen, wen er wie einsetzen möchte, was das System oder die Systeme sind, die er spielen möchte. Und ja, daraus jetzt was zu formen. Und da bin ich halt gespannt, wie er das macht. Aber habe ich auch Vertrauen. Also von daher bin ich da noch relativ positiv gestimmt und bin eigentlich auch ziemlich zufrieden mit dem Transferfenster. Vor allem, wenn man halt betrachtet, was es für Schwierigkeiten gab. Und es gab viele. Das ist nicht nur Corona, das ist nicht nur das Geld. Das sind auch, wie gesagt, die Kostic und die Junis Sachen jetzt, die noch vorgefallen sind. Und dafür großen Respekt an Markus Krösche, dass der das alles so jetzt auch noch in den letzten Tagen, die Zeit hat ja noch gedrängt, dass dann da irgendwie noch Auseinandersetzungen mit anderen Vereinen waren, die irgendwie Spieler haben wollen, aber nicht genug Geld zahlen möchten. Und das war sicherlich alles sehr, sehr stressig. Und dafür, finde ich, hat er das gut gemacht und hat sich jetzt vielleicht sogar auch schon bewiesen in der ersten Probe, die er jetzt hatte. Und dazu kommt noch, dass wir ja andere Spielertypen verpflichtet haben, als wir sie wahrscheinlich verpflichtet hätten, wenn wir in die Champions League gekommen wären. Aber sie haben ja alle eine interessante Bewertung oder Konnotation oder einen interessanten Touch. Also so ein, hör ihr, mal gucken, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich wieder nicht. Oder ein Lindström, auch ein Sam Lammers, das ist doch geil. Also das sind trotzdem spannende, spannende Spieler und die müssen halt den Weg zusammenfinden. Das sind alles interessante Kicker und wir haben auf der rechten Seite noch beispielsweise jemanden wie Blanco, der wahrscheinlich erstmal ein bisschen noch auf einer ganz anderen Situation unterwegs ist. Der wird noch nicht gleich die ganze Zeit von Anfang an spielen, aber vielleicht mal reinkommen und so. Wir haben einen interessanten Kader, aber der muss wachsen und die Zeit müssen wir ihm geben. Aber natürlich ist es halt auch so, ein bisschen die Zeit trägt natürlich trotzdem. In der Bundesliga-Fußball kann sie nicht fünf Monate warten, weil dann steckst du plötzlich unten. Also es muss zusammenwachsen, aber dafür hat ja jetzt Glas noch ein bisschen Zeit. Deswegen bin ich da recht positiv. Und wenn wir dann relaxt durch die Saison flogen, dann ist es mir auch recht. Ja, also ich glaube, das müssen uns allen klar sein. Das ist jetzt so eine anders gestaltete Saison, eben auch mit neuem Trainer, neuer Spielweise, neuen Akteuren auf dem Feld. Ich bin überraschend entspannt tatsächlich momentan. Marvin, du hattest es gerade eben angesprochen, so Investitionen in die Zukunft waren ja auch so ein paar dabei. Da haben wir jetzt tatsächlich vor Ende des Dratzehr-Fensters auch noch eine getätigt. Und zwar haben wir Igor Matanovic verpflichtet, 18 Jahre von St. Pauli, auch Mittelstürmer. Wir haben ja gesagt, wir hätten eigentlich gar noch einen zweiten Mittelstürmer. Problem dabei ist nur, man hat ihn direkt wieder nach St. Pauli verpflichtet, verliehen, nicht verpflichtet, verliehen, Entschuldigung. Es ist, glaube ich, halt wirklich einfach eine Investition in die Zukunft. Auch das ein spannender Spieler von seiner Vita her, der, wenn alles gut läuft, uns vielleicht in anderthalb, zwei Jahren viel Freude bereiten könnte. Soviel zu dem Thema. So ist es. Also, nein, du hast jetzt niemanden angesprochen, deswegen habe ich gedacht, du hast den Satz beendet. Genauso, es ist eine interessante Verpflichtung und ich finde, was Kosche ja sagt, dass es halt, dass er natürlich auch guckt, dass natürlich guckt wird, welches Potenzial hat dieser Spieler, das ist der jüngste Torschütze für St. Pauli aller Zeiten. Es ist ein Spieler, der in der U17 oft gescored hat, der in der U19, der St. Pauli ja schon Erfolge errungen hat und jetzt mit 18 natürlich sich an den Profikader heranwuselt, aber es braucht einfach noch eine Weile. Und die Eintracht, wir kennen das ja, das kann man durchaus übrigens auch kritisch beobachten oder kritisch betrachten, verpflichtet viele Spieler, die werden dann gleich weiter verliehen. Ja, aber so ist es halt der Weg, der in der Eintracht gehen will und mal gucken, was dann daraus wird. Aber vielleicht lieber jetzt als später, wenn es viel teurer wird. Ich finde die Taktik allerdings jetzt prinzipiell zumindest in der Kombination mit Spielern, die einem auch direkt weiterhelfen, jetzt nicht zu verkehrt zu sagen, okay, wir haben Spieler, die jetzt bei uns mal für ein, zwei Jahre uns aktuell direkt weiterhelfen. Wir haben aber auch in Nachwuchsspieler im weitesten Sinne investiert, die wir halt erstmal verleihen, weil sie da Spielniveau bekommen, was sie bei uns, wenn sie normal im Kader wären, nicht bekommen würden, damit sie dann eben in anderthalb, zwei Jahren weiterhelfen. Das haben wir jetzt mit Ackmann so gemacht, das haben wir jetzt mit Matanovic so gemacht. Tutor war ja am Anfang auch verliehen, Kamada haben wir erst nochmal verliehen gehabt. Ich finde es prinzipiell von der Variante her nicht verkehrt. Prinzipiell auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, bei Matanovic ist natürlich die Besonderheit, ich sage mal, der Sprung von der zweiten in die erste Liga ist ja sonst super schwierig. Jetzt hat er aber in Pauli natürlich, ihr habt es ja schon richtig angesprochen, da schon gut performt, hat alles gut geklappt, da fühlt er sich wohl, kann vielleicht da, trotzdem wird natürlich der Sprung nochmal heftig werden. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, wo man sagen kann, bei Ackmann finde ich zumindest das, was man so gesehen hat, das sieht sehr gut aus, er scheint da auch sich gut einsetzen, gute Akzente zu setzen. Da freue ich mich wirklich schon drauf, weil er auch natürlich auf einem Niveau sich schon misst, was vielleicht dann auch tatsächlich so ist, dass der Sprung in den Kader zur Eintracht noch ein bisschen näher ist, als jetzt aus der zweiten Liga von Pauli zu uns. Das ist einfach so eine Vermutung, ob es dann wirklich so ist, muss man einfach schauen. Aber wir haben ja alle gesehen, es ist schon nochmal ein großer, großer Schritt. Aber solange uns die Spieler im Endeffekt, ja, was kostet uns das dann? Das ist hier klar eine kleine Wette in die Zukunft, aber das ist jetzt nicht, dass wir sagen, oh, wir machen hier jetzt den riesen Risikotransfer und hoffentlich schlägt er ein, sondern das ist im Endeffekt eine tolle Sache, dass da viele, viele Eisen im Feuer sind und solange nur einer davon dann am Ende richtig zündet, hast du doch das ganze Geschäft für die nächsten Monate, Jahre wieder finanziert. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein System ist, was nicht nur von der Eintracht ja verfolgt wird. Es gibt ja viele Vereine, die das so machen und die würden es nicht machen, wenn es total unerfolgreich wäre und total aussichtslos. Das ist richtig. Ja, das war es dann mit dem Thema der Zugänge. Das Transferfenster in der Bundesliga ist geschlossen. Damit können keine weiteren Zugänge mehr realisiert werden, außer vertragslose Spieler. Was aber theoretisch zumindest für eine gewisse Zeit noch möglich wäre, wären tatsächlich Abgänge. Wisst ihr denn, wie lange die Transferfenster der umliegenden Ligen noch offen sind? Dennis, du weißt das noch bestimmt. Ich weiß, bei spezieller Fall umliegender Liga, in Anführungszeichen Saudi-Arabien, also Junis kann noch, glaube ich, bis Mitte September wechseln. Das ist korrekt. Ansonsten, ja, also ich, ansonsten kann es dir tatsächlich gar nicht, habe ich mich heute nicht mehr groß mit befasst, wer da jetzt in der direkten Umgebung noch drücken könnte. Ein kleines Beispiel in Italien ist halt, bis heute eine Mitternacht, glaube ich. Sechs-Sachs-Mitternacht, genau. Ja, du hast halt, wie gesagt, schon angesprochen Saudi-Arabien und auch Katars noch länger, bis Mitte September. Ja, also es variiert, da hat jeder, wir haben viele ihre eigene Regelungen. Es könnte für den einen oder anderen Spielern noch interessant werden. Ich habe ja eben über Patience gesprochen, wenn es noch Interesse aus der Türkei gibt, könnte man da noch was machen wahrscheinlich. Ja, also insofern ist da durchaus noch etwas Spielraum und gleichzeitig hätten wir im Zweifel noch die Möglichkeit, vielleicht den einen oder anderen, ja, vereinslosen Spieler zu verpflichten. Da muss man dann ebenfalls abwarten, will ich nicht konsequent ausschließen. Aber wichtig ist halt auch, von den großen Playern gehe ich eher nicht davon aus, dass uns noch jemand verlassen wird. Also mit Ausnahme von Junis, Junis kann ich mir noch vorstellen. Ja, der Vollständigkeit halber. England hat bis heute 24 Uhr, allerdings englischer Zeit, das heißt, es wäre 23 Uhr deutscher Zeit. Italien tatsächlich bis 0 Uhr. La Liga bis 23.59 Uhr, die sind eine Minute früher fertig. Und Frankreich sogar bis 0.59 Uhr. Ich habe vorhin spaßeshalber mal nachgeguckt. Okay. Also das sind die Ligen, wo noch Spieler weggehen könnten. Ihr hattet gerade eben Junis schon angesprochen, das war ja eine der beiden Thematiken, die da so ein bisschen hochgekocht waren. Man war ja irgendwie erst der Meinung, er bleibt, er will total gerne hier bleiben. Dann war ja diese Thematik mit von wegen, nee, er will dann doch irgendwie weg. Und jetzt war es dann kurz vor dem Wochenende so, dass dieser Transfer, ja, geplatzt ist, nicht zustande kam. Und er jetzt dann doch quasi wieder vor der Tür steht, zum Zeitpunkt, wo eigentlich irgendwie alle gefühlt gesagt haben, von wegen, ja, dann ist er halt weg und sich quasi damit schon, ja, beschäftigt oder abgefunden hatten. Jetzt ist er dann doch da mit diesem ganzen Hin und Her. Und die gleiche Frage können wir dann gleich bei Kostic auch nochmal stellen. Macht das jetzt was mit der Mannschaft? Lässt man ihn da weiterspielen? Oder ist er jetzt tatsächlich eher so ein, wir hatten es ja gerade eben gesagt, Saudi-Arabien ist noch theoretisch möglich bis Mitte des Monats, dass man dann da doch nochmal einen zweiten Anlauf macht. Was meinst du, Patricia? Ich glaube, es ist prinzipiell schon möglich, sich da auszusprechen und das wieder irgendwie in die, ja, Wege zu leiten, dass das einigermaßen reibungslos funktioniert. Klar, das erfordert dann halt Kommunikation, das erfordert auch Bereitschaft verschiedener Personen, die halt involviert sind dann auch in alles, da, ja, offen zu sein für. Ich glaube aber prinzipiell würde es gehen, muss man halt schauen, inwiefern das bei Younes, wenn das ja auch noch alles, wenn das Transferfenster noch offen ist, inwiefern das dann letztendlich auch so sein wird. Ich glaube tatsächlich, dass es leichter ist, Kostic wieder zu integrieren als Younes, einfach weil er so ein bisschen die Vorschusslorbeeren hat, von wegen, er ist jetzt schon jahrelang hier und hat sich ja nie irgendwie falsch verhalten. Younes ist halt kurz da, hat direkt jetzt so ein Ding gerissen, da ist es, glaube ich, jetzt ein bisschen schwieriger. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das Tuch zerschnitten ist und man da nicht mehr aufeinander zugehen kann. Zumal eigentlich ja alle doch auch das gleiche Ziel haben sollten zumindest. Die sind ja jetzt Spieler von Eintracht Frankfurt, alle wollen, dass der Verein erfolgreich ist, jeder will auch für sich persönlich erfolgreich sein. Dementsprechend sollte man sich da als erwachsene Menschen im professionellen Teamsport, glaube ich, schon auch zusammenreißen können. Und das, wie gesagt, das erfordert jetzt wahrscheinlich schon offene Kommunikation, dass da mal alles auf den Tisch kommt, aber dann sollte es auch wieder gut sein. Und ich denke, sowohl Kostic als aber auch Younes bringen halt, also Kostic ist nochmal eine andere Geschichte, das werden wir ja gleich nochmal besprechen, aber Younes auch, also sportlich, ich bin ja auch nicht abgeneigt, ihn zu behalten, so ist es jetzt nicht. Also wie gesagt, vor ein paar Wochen meinte ich noch, ich bin sehr, sehr traurig, wenn er gehen würde, einfach weil das ein Spielertyp ist, der uns ja schon sehr viel weitergeholfen hat und uns auch sehr, sehr gut gefallen hat in der Zeit. Von daher, wenn er jetzt bleibt, gerne, solange da jetzt keine, ja, weiteren Eskapaden irgendwie passieren und solange da jetzt nicht großer Stunk ist, der nicht mehr, ja, zu lösen ist. Weil sollte das so sein, sollte man jetzt schon merken irgendwie, hey, das wird nichts mehr, dann muss man da halt eine Lösung finden und dann wird er wahrscheinlich aber auch den Verein verlassen. Das werden dann die Verantwortlichen und auch die Mannschaft intern klären können. Ja, Patricia sagt sehr gut und ich glaube, sie hat es wunderbar zusammengefasst, dass wir einen großen Unterschied haben zwischen Kostic und Younes. Ich würde bei Younes, also bei Kostic reden wir gleich, aber bei Kostic, bei Younes ein größeres Fragezeichen hintersetzen. Ich glaube auch, dass dieser Weg möglich ist. Ich hatte jetzt irgendwie gelesen, dass er jetzt ja sogar auch geheiratet hat und ja dann auch ja auch zwischenzeitlich gesagt hat, dass er der Eintracht jetzt zur Verfügung stehen will und sich das jetzt irgendwie anders überlegt hat. Mit diesem Wechsel im Kopf muss auch ein Wechsel in der Haltung stattfinden. Ich kann mir schon vorstellen, dass weite Teile der Mannschaft ihm wesentlich positiver sind. Es gibt ja auch Fotos, es gibt auch Aussagen, wo man schon das Gefühl hat, sie sind eigentlich schon mit Younes im Grunde d'accord. Ich weiß aber schon, dass es auf Führungsebene, auf offizieller Ebene, die Situation aufgrund dieser Geschehnisse zuvor, auch aufgrund einiger Geschehnisse, die vor dem Sommer passiert sind, die Situation da ein bisschen anders aussieht. Also hier haben wir eine gemischte Lage und die muss man in Einklang bringen. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass ein Armin Younes von sich aus zeigt, dass er willens ist, daran mitzuarbeiten. Und da setze ich ein größeres Fragezeichen. Deswegen kann ich mir bei ihm noch vorstellen, dass es noch zu einem Wechsel kommt. Es gibt intern einige, die sagen, also von der Führungsebene, von der offiziellen Ebene, die das auch gut heißen würden. Es gibt genügend andere Spieler, die sagen, dass es nicht gut wäre, weil es ein kreatives Element in dieser Mannschaft ist, der auch der Mannschaft helfen kann, der bei einigen auch sehr gut ankommt. Also es ist eine komplexe Situation, die eine Auflösung nur möglich macht, wenn er massiv daran arbeitet. Und wenn er das tut und wir das sehen und wenn das auch das Umfeld mitbekommt, dann glaube ich auch hier an eine Lösung. Aber das Fragezeichen ist ein wenig größer. Ja, verstehe ich. Du hattest es gerade angesprochen. Kreative Leistungen, die der Mannschaft helfen. Jetzt ist natürlich diese Position, auf der Younes spielt, eine, die jetzt auch durchaus mehrfach besetzt ist bei uns im Kader. Glaubst du wirklich, dass, wenn er dieses Ändern des Verhaltens zeigt, dann tatsächlich auch die Chance bekommt? Weil da sind ja noch mit Lindström, Kamada, Bore, JP, andere Spieler. Das ist ja genau das Geile. Das ist ja das Supergute von der Eintrat, dass sie halt auf dieser Position halt wirklich sagt, ja, entweder du gibst alles und dann hast du die Option oder du schnurrst halt hier rum, dann ist es mir auch scheißegal. Weil am Ende ist es immer noch offenbar, ist es noch eine Laie? Das würde ich ganz gerne genauer wissen. Das ist natürlich auch etwas, bei dem bin ich aktuell unsicher. Ist es denn noch eine Laie oder wer ist es gerade schon in einen Kauf übergegangen, der ganz gerne in einen weiteren Kauf überführt hat? Das könnte natürlich auch nochmal so ein Punkt sein, dass man, das weiß ich tatsächlich auch nicht, da habe ich mir heute auch schon Gedanken drüber gemacht, ob man durch die fortgeschrittenen Transferverhandlungen, in denen man sich glaubte, diese Kaufoption schon gezahlt oder gezogen hat und damit ja jetzt schon Geld an Neapel da vielleicht geflossen ist, was natürlich dann doppelt ärgerlich wäre, weil das ja dann auch wieder Auswirkungen haben könnte auf eventuelle Verpflichtungen, die man nicht tätigen konnte, weil Geld fehlte. Weiß ich nicht. Würde mich tatsächlich auch interessieren, wie da der Stand ist. Aber ich glaube tatsächlich, weil ihr das so schön angesprochen habt, dass Younes, wenn er fit ist und wenn er sich einsetzt, auf jeden Fall für mich auch Stammplatzpotenzial hat. Und Marvin, du hast es genau richtig angesprochen. Er muss aber auch tatsächlich die Leistung bringen. Ich denke, er wird eher so Spieler, die dann da vorne rausrutschen werden, sind Ayman Barkok. Das ist dann jemand, den wir wahrscheinlich dann nicht mehr sehen werden. Aber klar, auch ein Lindström und so weiter werden ihre Spielzeit bekommen, auch ein Kamada. Aber ein Younes, und da hat er das Potenzial und da hat er auch die Klasse für, dass, wenn er an sein Leistungspotenzial rankommt, er auch tatsächlich einen Stammplatz haben kann. Jetzt ist nur die Problematik, finde ich, an der ganzen Geschichte. Wie ist, Marvin, du sagst, in der Mannschaft ist das eigentlich ganz okay. Die Thematik, man hat auch teilweise ja gar nicht mehr verstanden, was war denn jetzt sein Problem? Ging es hier ums Geld? Ging es nicht ums Geld? Ging es ums Gehalt? Ging es nicht ums Gehalt? Wenn du hier den Vertrag jetzt, wenn du den neuen, ja sozusagen den Kauf gemacht hast, hast du damit auch gleichzeitig das Gehalt vielleicht erhöht, um ein bisschen da Ruhe reinzubringen. Ist er deshalb jetzt wieder happy und zufrieden? Und bei der Eintracht, wenn ich dann sowas lese, Marvin, du hast es, glaube ich, vorhin auch angesprochen, Zuber mit drei Millionen Euro, die er kassiert hat, hat keine Ahnung, was ein Junis verdient. Auch keine Ahnung, was ein Junis vorher verdient hat, was er jetzt bei Saudi-Arabien verdient hätte. Aber das sind ja schon Hausnummern, wo man denkt, okay, ist da ein großes Gefälle in der Mannschaft? Ist da Missgunst zwischen den einzelnen Spielern dann, dass der eine denkt, ich mache doch genau dasselbe und verdiene nur die Hälfte? Das ist so ein bisschen das, was ich nicht verstehe. Deshalb der Punkt, den du angesprochen hast, auch Marvin, ist das denn jetzt schon gekauft? Ist da vielleicht eine Verhandlung? Gab es vielleicht eine Gehaltsanpassung? Was ist da eigentlich los? Ich blicke auch nicht mehr durch, kein Plan. Aber du sagst ja bei dem Gefälle in der Mannschaft. Meinst du, ist heftig? Also allein die Tatsache, dass, wie du ja eben angesprochen hast, ein Zuber mit roundabout drei Millionen pro Jahr, das ist das, was man hört, richtig viel verdient hat und mehr als so mancher Top-Leister, also Top-Spieler und unter anderem auch Junis. Ja, ich glaube sogar, ich würde meine Hand nicht ins Feuer dafür legen, aber ich würde sogar behaupten, dass ein Kostic auch nicht genau das gleiche Gehalt verdient hat und dass dementsprechend vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit herrscht. Ich gehe, wir werden gleich zur Kostic-Thematik kommen. Aber ich glaube, dass das auch ein bisschen dazu reinspielt. Bobic hat, das muss man in Retrospektive sagen, mit einigen Spielern merkwürdige Deals gemacht, mit einigen Spielern das Gehaltsgefüge auch nachhaltig durcheinandergebracht, was jetzt in dieser Transferphase, nachdem ja jeder irgendwie für sich gefühlt ein bisschen zurückgesteckt hat, für Umwerfungen gesorgt hat. Und ich glaube, das muss im Nachgang noch aufbereitet werden. Aber nochmal ganz kurz zu deiner grundsätzlichen Frage, Junis. Ich glaube, es ging hier nicht nur um das Geld, sondern da waren andere Gründe auch für relevant. Es geht um sein persönliches Lebensumfeld, um es mal so zu sagen. Man hatte ja zwischenzeitlich auch gedacht, dass das irgendwelche, ja, vielleicht eher religiösen Gründe hat. Das steht weiterhin im Raum. Warum? Wie gesagt, jetzt ist es halt wichtig, dass er es irgendwie hinbekommt. Das ist alles. Er muss es hinbekommen. Er ist jetzt am Zug. Und wenn er es hinbekommt und wenn er sich anbietet und wenn er plötzlich auch weg von, wie soll ich sagen, weg von Nebenkriegsschauplätzen hin wieder zum Fußball kommt, dann kann er ein Gewinn werden. Aber es ist ein großes Zutun seinerseits erforderlich. Patricia, wie siehst du das? Wird deinem Mann nach Junis eine große Rolle spielen im weiteren Kader, wenn er denn selbst will? Oder denkst du eher, dass er bei der Mannschaft vorne nicht mehr so die Akzente setzen kann? Ja, ich sehe das ähnlich, wie ihr es jetzt schon gesagt habt. Da wird jetzt erst mal einiges auf ihn zukommen, um sich da wieder ein gutes Standing zu erarbeiten. Ich glaube auch tatsächlich, dass er sportlich jetzt erst mal hinten ansteht. Einfach weil er war ja auch freigestellt für Verhandlungen und so weiter und so fort. In der Zeit haben andere ja mit der Mannschaft trainiert, gespielt, was auch immer. Und er war ja gedanklich bei vielen oder auch selbst bei sich selbst im Kopf schon weg. Lecker. Ich glaube, er muss sich da jetzt erst mal wieder einfinden, muss sich klar werden. Und dann steht er, glaube ich, hinten auch erst mal an, weil ich das Gefühl habe, auf der 10 hat man jetzt auch ein großes und gutes Angebot. Wie auch Marvin schon gesagt hat, das ist ja sogar gut. Also da muss jetzt jeder sich einfach komplett reinhängen und zeigen, hey, ich will und ich kann. Und das habe ich anzubieten. Und deswegen sollte der Trainer mich aufstellen. Und das ist ein Konkurrenzkampf, der aber, ich glaube, einfach sportlich nur helfen kann. Und Younes hat die Fähigkeiten, das haben wir gesehen, sich dort vorne irgendwie zu etablieren als Stammspieler. Wird sich dann zeigen, ob er an den anderen da wieder vorbeikommt oder nicht. Oder wie sich jetzt auch die anderen in der Zeit, in der er jetzt seine anderen Nebenkriegsschauplätze hatte, sportlich einfach schon weiterentwickelt haben und jetzt vielleicht auch vor ihm stehen. Also vorher hätte man gesagt, ja, weiß nicht, ob ich Kamada oder Younes aufstelle. Ich glaube, aktuell ist es erst mal so eine Sache. Ja, Kamada wird aufgestellt. Oder auch ein Lindström, der sich jetzt eigentlich schon gut empfohlen hat, obwohl er neu ist. Ja, wird sich zeigen, wie er das dann sportlich schafft. Also ich glaube prinzipiell, das Potenzial hat er. Man wird sehen, was er daraus macht und wie sich das entwickeln wird. Einfach menschlich und sportlich bei der Eintracht noch. Ja, wird auf jeden Fall spannend werden, wie das jetzt weitergeht. Und dann gab es ja noch das zweite Ärgerthema. Wir haben es ja jetzt schon mehrmals gesagt, die Causa Kostic. Auch da, ich würde es jetzt mal sagen, Ausgangslage undurchsichtig, was man vermuten kann oder was zumindest an vielen Stellen gesagt worden ist, dass es da auch individuelle Absprachen zwischen Kostic und dem ehemaligen Sportvorstand Freddy Bobic gab. Auch was Wechsel und so weiter angeht. Ich meine, dieses Thema, dass Kostic früher oder später den Verein verlassen könnte, ist jetzt nicht neu. Ich glaube, da haben wir alle immer so ein bisschen mit gerechnet. Dann war das ja wieder so ein bisschen weg, dadurch, dass ja sowohl Krösche als auch Glasner gesagt haben, ja, wir sind uns eigentlich sehr sicher, dass er bleibt. Wir haben mit dem Spieler gesprochen. Und dann kam letzte Woche dieser Hammer, dass er sehr sauer schien, weil ein offensichtliches Wechselangebot, was der Eintrachter übermittelt sein sollte, nicht akzeptiert wurde und er da nicht beim Training teilgenommen hat und dementsprechend da nicht im Spieltagskader war und sich im Nachhinein jetzt herausgestellt hat, dass dieses Angebot von Lazio, weiß ich nicht, früher sind Faxe nicht angekommen bei Transfers, jetzt kommen E-Mails nicht an. Das ist quasi der Unterschied zwischen den 90er und dem 21. Jahrhundert. Ja, jetzt ist er weiterhin da. Es gab kein verbessertes Angebot, was die Eintracht angenommen hat. Krösche und Glasner und auch Rode haben sich heute sehr deutlich auch dazu geäußert, mit Statements auf der Eintracht-Seite, dass das jetzt so ist und dass man mit dem Spieler sprechen würde und dass er, wie Patrizia gesagt hat, diese Vorschusslorbeeren hat oder halt über drei Jahre hinweg gezeigt hat, wie wichtig er für die Mannschaft ist und wie sehr er sich reinhängt und dass man jetzt drüber reden wird. Und dann er weiterhin ein Teil der Mannschaft ist und man gemeinsam weiter an Platzierungen in der Liga und vielleicht internationalen Plätzen irgendwie arbeiten will. Wie groß ist denn dieses Tischtuch bei euch vielleicht zerschritten oder zerschnitten? Marvin, fang du doch mal an. Gut, ich habe das ja in den letzten Tagen schon gesagt, dass ich ganz klar der Ansicht bin, dass Kostic ein Spezialfall ist. Also ich habe das Gefühl, dass in all der Zeit, in der er bei der Eintracht war, ein absoluter Leistungsträger Kostic für uns war, dass er jemand war, der sich bei uns... Und nein, man kann nicht die Stuttgarter Zeit oder die HSV-Zeit dazu rechnen, man muss die Frankfurter Zeit für sich bewerten, weil sie in einem eigenen Umfeld passiert ist. Und in dieser Zeit lief das absolut astrein. In dieser Zeit hat ein Philipp Kostic hier einen wunderbaren Job gemacht. Klar, vielleicht mal eine kurze Verstimmung irgendwas, als sportlicher Leistungsträger kann das immer mal passieren, aber das war ein astreiner Top-Job. Wenn ich am Samstag höre, dass ein Hinteregger im Sturm diese Widrigkeiten sagt, nein, Leute, lasst mal chillen, lasst da mal ein bisschen Druck rausnehmen, das ist ein astreiner Profi, mustergültig, wir stehen hinter ihm, dann ist das für mich auch schon eine deutliche Aussage. Dass das natürlich trotzdem ein scheiß Move ist mit sich rausstreiken, was übrigens auch kein Einzelfall ist, das ist unbestritten. Aber ich finde, der Weg, den die Eintracht hier einschlägt, dass man öffentliche Statements macht, ist ein erster Weg. Das kann nur der erste Schritt sein, aber ich gehe fest davon aus und ich glaube, wir sollten das in was Positives umkehren. Ich glaube, dass die Eintracht-Familie, wenn wir darüber sprechen, dass in etwas Positives umkehren muss und dass wir hingehen und dazu sagen, lasst uns diesen Präzedenzfall machen, lasst uns dafür sorgen, dass wir genau diesen Fall positiv hinbekommen, dass er die nächsten Jahre noch bei der Eintracht bleiben will. Wenn wir ihm nämlich nicht ausbuchen, sondern wenn wir ihn überraschen, eher mit Applaus wie jedem anderen, wenn wir das gar nicht negativ kutieren, wenn wir über unseren eigenen Schatten springen, weil jeder hat mal Fehler gemacht. Und ganz ehrlich, man darf auch die Position des Beraters hier nicht komplett rausrechnen, der ihm schon einige Flöhe in den Kopf gesetzt hat. Fußball ist ein geldgieriges Scheißgeschäft manchmal. Und da sind Berater auch ein ganz, ganz großer, ja, wie soll ich sagen, ein ganz großes Krebsgeschwür. Und die sorgen dafür, dass plötzlich ein Kostisch denkt, ja, das ist eine geile Idee. Er ist trotzdem sein eigener Mann, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber bei klaren Gedanken auf die Idee zu kommen, ja gut, bei der Eintracht habe ich normalerweise ein volles Stadion, mir geht es gut, ich bin in einer guten Situation, ich komme mit dem Trainer gut klar, ich habe eine ordentliche Mannschaft, wir sind wieder europäisch. Ach, da gehe ich doch in ein halbvolles Stadion voller Nazis. Geil, gehe ich doch zu Latios. Nee, ich glaube nicht, weißt du. Aber das hängt halt zum großen Teil damit zusammen, dass auch ein Berater ganz klar die Intention hat, nochmal einen Big Payday für sich hinzubekommen, für den letzten Wechsel. Und auf der anderen Seite natürlich auch für Kostisch, und das war ja für uns alle klar, dass es potenziell möglich ist, dass er irgendwann geht, wenn er nochmal einen großen Vertrag bekommt. Lasst uns aber trotzdem dafür sorgen, dass die Eintracht das hinbekommt, dass er motiviert ist, dass er vielleicht Bock hat, und dass man vielleicht sogar die Möglichkeit, nach einer Entschuldigung, irgendwas hinbekommt, dass er vielleicht einen Rentenvertrag hier unterschreibt. Und dann haben wir aus dieser Negativsituation vielleicht sogar was Positives gemacht. Das ist viel eher meine Hoffnung gerade. Und ich sehe die Zeichen bei ihm, so wie er sich sonst in Frankfurt verhalten hat, eigentlich eher auf Go. Dennis Patrizia, was ist eure Meinung dazu? Passt. Also ich gehe voll mit Marvin mit. Ich finde es auch genau richtig, hier eher die positiven Aspekte zu sehen, zu versuchen, wirklich ihn auch wieder an seine Leistung, denn es ist ein total wichtiger Spieler für unser System. Man hat das immer gesehen. Und auch ein Lenz ist für mich leider nicht der Kosticersatz, sondern es ist im Endeffekt gut, dass wir ihn als Backup haben. Er kann aber die Leistung gerade in der Offensive einfach nicht bringen. Und das soll er auch gar nicht. Das ist in Ordnung. Wir haben Kostic im Kader. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder das Gefühl geben. Und das ist ja jemand, der auch bis zum Ende kämpft und sich da abrackert. Und wenn er merkt, dass er aufgenommen wird, Marvin, das war sehr schön, was du gesagt hast, zu sagen, statt zu buhen, lieber jubeln, sagen, geiler Typ, wir wollen einfach deine Leistung hier sehen. Und es ist doch auch jeder Eintracht-Fan einfach nur maßlos darüber enttäuscht gewesen, dass ein Spieler dessen, seines Formats, für 10 Millionen und ein bisschen was oder für 15 Millionen wechseln soll. Leute, wenn da ein Angebot gekommen wäre, über 35 Millionen oder sonst irgendwas, hätte wahrscheinlich jeder Eintracht-Fan gesagt, komm, das ist halt so, der ist ein super Kerl und jetzt wollen wir dem keine Wege, irgendwie keinen Stein in den Weg legen und die Wege sind gut geebnet für 35 Millionen, kriegst du auch einen guten Ersatz vielleicht und so weiter und so fort. Die Summen waren ja hier auch ein Riesenproblem, diese Peanuts in Anführungszeichen, für die du ja nicht mal ansatzweise irgendwie wieder eine seiner Qualität bekommen hättest. Das ist hier, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Und da muss man wirklich sagen, jetzt halten wir ihn fest. Wir haben noch Vertrag bis 23, glaube ich. Deshalb, also genießen wir auf jeden Fall mindestens hoffentlich jetzt nochmal dieses Jahr. Dann kann man ihn vielleicht ja nochmal verkaufen. Dann ist vielleicht auch mit der Summe, muss man sagen, gut, nur noch ein Jahr Vertrag. Was machen wir da? Jetzt mit zwei Jahren Restvertrag. Absolute Frechheit, was da geboten wurde. Dementsprechend konsequent, dass der Wechsel jetzt nicht stattgefunden hat. Wir müssen ihn aber auf jeden Fall aufnehmen, feiern und jetzt ist er fertig, weil ich glaube tatsächlich, er wird nicht nach Saudi-Arabien oder Katar oder sonst was wechseln, wo die Perioden dann noch offen sind, sondern das ist jemand, der uns jetzt ein Jahr hoffentlich noch begleiten wird, mindestens ein Jahr begleiten wird, in dem er volle Leistung zeigt. Und das brauchen wir auch, denn wir haben das immer gesehen, wenn Kostic nicht performt hat, hat die Eintracht ein Problem gehabt, auch in den letzten Jahren. Oder zumindest war es schwierig, das aufzufangen. Dementsprechend finde ich es cool, wenn er einfach sich wieder wohlfühlt und die Leistung bringt, die wir von ihm gewohnt sind. Ich finde es auch extrem wichtig, dass man da hart geblieben ist bei dem lächerlichen Angebot. Also ich finde wirklich, 10 Millionen ist schon fast frech. Also überhaupt schon dieses Angebot abzugeben, finde ich absolut frech. Ich verstehe es, dass die Preise gedrückt werden wegen Corona. Und ich verstehe es auch, dass da ein Streik war und man sich da Hoffnung gemacht hat, dass die Eintracht sagt, ja, dann wollen wir ihn eh nicht mehr, dann nehmt ihn halt. Aber 10 Millionen, wenn das wirklich so stimmt und dann noch an die falsche E-Mail-Adresse, aber das ist eine andere Geschichte, finde ich wirklich, also für so einen Spieler hart. Und von daher finde ich das gut, dass man da gesagt hat, nee, das machen wir nicht, da sehen wir uns nicht. Das ist überhaupt nicht der Anspruch, den wir haben an finanziellen Voraussetzungen, die hier sind. Der Spieler bleibt, auch wenn er sich jetzt hier irgendwie wegstreiken will. Und das ist ja irgendwie auch ein Zeichen an alle anderen Spieler in der Mannschaft, von wegen, es bringt euch nichts jetzt hier, ist auf dem Weg zu probieren, weil wenn das Angebot nicht stimmt, da könnt ihr streiken, wie ihr wollt. Ihr bleibt halt hier, wenn ihr Vertrag habt. Und das ist auch richtig so. Ganz wichtiges Zeichen, sehr gut, Patricia, ja. Und von daher finde ich auch, dass Krösche sich da bewiesen hat und gesagt hat, hey, passt auf, ihr könnt mit mir auch nicht machen, was ihr wollt. Also wir haben hier immer noch eine Geschäftsbeziehung und die ist halt so, wie sie ist. Und wenn ein passendes Angebot kommt, werden wir euch keine Steine in den Weg legen. Ich glaube, das wäre auch bei Kostic nicht passiert, wie wir jetzt schon angeführt haben, auch als Fans, würdest du sagen, geh zu einem großen Verein, ich meine jetzt nicht Lazio, aber ich meine vielleicht Inter oder so, geh zu einem großen Verein, geh zu einem neuen Verein, wenn du nochmal einen anderen Vertrag haben willst, für deine letzten Karriereschritte. Mach das sehr gerne, du hast uns viel Freude bereitet, warst immer ein guter Spieler. Und das Gleiche wird auch die Eintracht sagen, wenn das Angebot stimmt. Aber dass man das bei 10 Millionen nicht machen kann, ist, glaube ich, auch verständlich. Und dann zu Kostips selbst, da habe ich ja auch schon gesagt, vor ein paar Wochen, davon rücke ich auch nicht ab. Ich wäre sehr, sehr enttäuscht gewesen, wenn er gegangen wäre. Ich habe immer gesagt, wenn der noch geht, dann mache ich mir wirklich Sorgen, weil den würde ich als absoluten Leistungsträger wirklich sehr, sehr gerne halten. Das hat jetzt geklappt. Das ist klar, natürlich jetzt so ein bisschen Downer, dass dieser Streik dazwischen kam. Also das ist halt auch, weil ich habe als erstes gedacht, das ist irgendwie fake oder so, als es das erste Mal aufkam, weil ich ihm das überhaupt nicht zugetraut habe. Also nicht aus der Frankfurter Zeit heraus. Wie wir auch schon gesagt haben, er hat sich immer vorbildlich verhalten, hat irgendwie Extraschichten im Training geschoben. Das ist ein absoluter Musterprofi, dass das von ihm kommt, war dann schon so ein bisschen enttäuschend, aber wird auch, mein Gott, da ist ihm wohl irgendwie was durchgebrannt. Zusätzlich hat ihm sein Berater ein Floh ins Ohr gesetzt. Dann gab es wahrscheinlich noch irgendwelche Absprachen mit Bobic, die jetzt irgendwie nicht schriftlich, was ich ja auch nicht verstehe, warum das nicht schriftlich ist, aber auch andere Geschichte, die da mündlich festgehalten wurden. Und ja, er ist jetzt auch über Jahre immer geblieben, während alle anderen Leistungsträger gewechselt sind. Darf man auch nicht vergessen, dass er vielleicht sich dann auch schon mal erhofft hatte, vielleicht gehe ich auch zu einem großen Verein und dann hat die Eintracht gesagt, nee, kannst du noch ein Jahr bleiben, weil wir brauchen dich und wir haben jetzt schon alle abgegeben und du bist halt, ja, unser Starspieler, wäre schön, wenn du noch bleibst. Und dann sagt er, okay, dann bleibe ich noch ein Jahr und dann darf er im nächsten Jahr auch nicht gehen. Natürlich kommt da wahrscheinlich viel zusammen und irgendwann brennt dir vielleicht auch mal eine Sicherung durch. Wichtig ist jetzt, dass er sich einfach, glaube ich, einmal hinstellt, vor allem bei der Mannschaft entschuldigt und bei Krösche und Glasner und sagt, hey, passt auf, ich weiß, dass das nicht in Ordnung war. Ja, ich tue jetzt alles für die Mannschaft und ich bin jetzt hier und ich bin jetzt gerne hier vor allem. Und dass er das auch der Mannschaft vermittelt und ich glaube, dann ist es kein Problem. Also einfach, weil wir halt wirklich schon viele gute Jahre mit ihm hatten. Und ich glaube, da kommt so viel zusammen, dass das schon eine sehr komplexe Situation ist. Man darf ihn nicht freisprechen davon. Auch nicht, wie Marvin schon sagt, er ist ein eigenständiger Mensch. Er muss jetzt auch dafür verantwortlich gemacht werden, dass er gestreikt hat. Er hätte auch seinen Berater sagen können, nee, pass auf, finde ich nicht professionell, will ich nicht. Der Verein hat mir viel gegeben und ich finde es unfair, das so zu machen. Hat er nicht gemacht. Das muss er sich jetzt auch ankreiden lassen. Dafür muss er sich entschuldigen. Aber ich glaube, wenn er wieder Leistung bringt, sich ausgesprochen hat mit allen, ist das also für mich zumindest persönlich, ist das in Ordnung dann. Und ich bin auch froh, so einen Spieler weiterhin hier zu haben, wenn er sich weiterhin auch so verhält, wie wir es eigentlich von ihm gewohnt sind. Ja, und ich finde es richtig und total gut, dass du einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen hast. Und zwar, dass das ein bisschen auch eine Bewehrung, eine harte Bewehrungsprobe für Krösche war. Und ich habe das Gefühl, er hat sie überstanden. Ich habe das Gefühl, die Tatsache, wie er Eglitare da, naja, man könnte fast sagen, links hat stehen lassen und die Wut entbrannten Äußerungen eines Eglitare weggewischt hat. Das interessiert ihn nicht. Und gleichzeitig hier hart geblieben ist, finde ich, soweit ich das beurteilen kann, ziemlich cool und steht ihm gut. Und wenn das jetzt schafft, die Situation aufzuarbeiten mit einem Costage, dass man wieder zu einem guten Working Agreement kommt, alles gewonnen. Ja, dem würde ich so komplett zustimmen. Jetzt würde ich sagen, lassen wir die mal in Ruhe arbeiten. Wir haben jetzt Länderspielpause. Hatten wir vorhin schon kurz erwähnt. Da können die sich jetzt in Ruhe aussprechen und auch gucken, wie sie das jetzt im Mannschaftsgefüge unterkriegen wollen. Und ja, ich glaube tatsächlich, Köscher hat das sehr solide gemacht, wenn man sich das Interview, was wir heute dann nach Transferschluss gemacht haben, dann kannst du aber auch sehen, dass er die letzten Tage wahrscheinlich sehr wenig Schlaf bekommen hat. Der sah schon übel müde aus. Das war wahrscheinlich jetzt auch alles gar nicht so uneinfach. Und ich hoffe auch, dass die Eintracht für die Zukunft daraus lernt, was eben auch so individuelle Absprachen und so weiter angeht, dass man da in dieses Fettnäpfchen nicht noch mal irgendwie reintapft. Das hat mich tatsächlich sehr geärgert. Irgendwie, wenn man das so hört. Und es kommt ja dann, das ist ja jetzt zum wiederholten Male gewesen, bei diversen Spielern, bei diversen Themen auch. Und das hat jetzt halt genervt. Du denkst dir, okay, Bobic wollte weg, Hütter wollte weg, die sind jetzt weg, wir haben neue Leute. Und dann hängt dir das alles noch so nach. Das ist schon so ein bisschen ärgerlich, auch für die neuen handelnden Personen, weil das war jetzt einfach ein Stress, den eigentlich Krösche und Glasner sich gar nicht hätten machen müssen normalerweise, auch nicht hätten machen wollen. Das war jetzt nun mal so. Und ja, finde ich schade, dass es so gelaufen ist. Aber ich glaube, so langsam, hoffentlich hat man das dann so langsam alles jetzt aus der Welt geschafft. Klargemacht, wir sind hier neue handelnde Personen. Alles, was ihr damals mit Bobic besprochen habt, was er mir nicht weitergereicht hat und was nicht schriftlich festgehalten ist. Sorry, klingt dumm, aber ist jetzt halt, zählt halt nichts mehr. Besprecht das einfach mit Krösche neu und dann können wir schauen, wie es jetzt weitergeht. Weil ich glaube, da muss man jetzt langsam mal einen Cut machen, weil dass das wirklich immer noch so nachhängt, das hat mich echt genervt irgendwann. Das ist halt auch irgendwie, das fühlt sich halt an wie irgendeine Comedy-Show. Haha, Bobic hat das und das besprochen. Ja, jetzt habt ihr den Salat. Nee, also das ist, ja. Ich fand es besonders verwunderlich, dass ja auch Krösche dann auch schon betont hatte, ja, von dem und dem wusste ich nichts, davon wusste ich nichts. Und dass das wirklich so gelaufen ist, finde ich ein bisschen fragwürdig. Aber ist nun mal so. Und ich hoffe, das hat sich jetzt aber auch langsam alles eingegroovt. Jetzt ist es ja eine Zeit her und jetzt hat man ja auch gesehen, wie das läuft mit diesen mündlichen Absprachen. Also sollte noch irgendein Spieler so eine mündliche Absprache haben, ich weiß nicht, ob der sich dann nochmal traut, auf die zu beharren, weil man sieht ja, was dabei rumgekommen ist. Nicht so viel. Das ist korrekt. Jetzt würde ich gerne noch eine schnelle Übung mit euch machen, bevor wir nochmal kurz über Bielefeld sprechen. Und zwar würde mich jetzt interessieren, jetzt wo wir ja den Kader einmal sicher haben, unter der Prämisse, dass jetzt keine Abgänge mehr sind. Wenn ihr unabhängig von Verletzungen, Spielzeit, was auch immer, eure Wunschelf jetzt aufstellen könnt, wie würde die denn aussehen und vor allen Dingen auch in welchem Spielsystem? Dennis, möchtest du mal anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Also ich muss sagen, tatsächlich stellt sich es relativ 4-4-2 mäßig auf bei mir. Also ich muss sagen, diese Fünferkette hat, glaube ich, ausgedient, ist einfach schon ewig lange durchschaut und ist einfach nicht mehr so wie früher. Du musst auch sagen, die Personalien haben sich geändert. Für mich war das immer ein geniales System, als du dann auch hinten noch Abraham und Hasebe natürlich in der Mitte hattest, die, wenn sie topfit waren, wirklich eine geniale, geniale Nummer war. Aber das System ist einfach meiner Meinung nach ausgelutscht gewesen. War schade, dass wir am Anfang es trotzdem wieder versucht haben, auch in die neue Saison wieder zu schleppen. Also für mich eine Viererkette auf jeden Fall hinten und Trab im Tor, denke ich, das ist klar. Dann muss ich sagen, links auf jeden Fall Kostic, der ja geblieben ist. Das ist super. Hinti, Endika, finde ich auch. Was ist denn in der Viererkette? Ich würde tatsächlich Kostic in die Viererkette links stellen. Okay, gut. Und auf der rechten Seite ist tatsächlich, ja, eigentlich hat Durham für mich den besten Eindruck gemacht von den Spielern. Touré hier mal in Anführungszeichen gesetzt, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wenn der mal wieder fit ist, keine Ahnung, wann es soweit ist, da noch eine Rolle übernehmen könnte. Dann davor tatsächlich So, für mich auf jeden Fall ein gesetzter Spieler. Dann muss man tatsächlich sagen, jetzt wird es ein bisschen knifflig, denn da muss ich tatsächlich sagen, Rode, Schrägstrich, Jakic, weil ich einfach Jakic schon nicht gesehen habe, ist für mich, muss ich gucken, wie er funktioniert. Finde ich aber auf jeden Fall auch wichtig, dass er dann drin ist. Ja, dann müsste man gucken, links und rechts, den stellen wir denn da auf noch. Ja, ich denke mal, Lindström ist auf jeden Fall auch für mich jemand, der spielen sollte. Und Holger, ich kann es leider nicht so schön aussprechen wie Patricia, hat einfach gezeigt, dass er es gut kann. Und jetzt ist so ein bisschen für mich die Frage davor noch, ja, wir müssen, denke ich, mit Lammers auf jeden Fall. Der ist für mich jemand, der jetzt erst mal gesetzt ist. Und wer spielt jetzt noch dabei? Das ist so ein bisschen diese Boré-Camada-Geschichte. Younes ist im Moment rausgefallen für mich tatsächlich. Wie Patricia auch schon gesagt hat, einfach, er ist einfach weit weg, ob es im Verlauf der Saison jetzt noch zurückkommt oder überhaupt uns zur Verfügung steht, werden wir mal sehen. Nee, an der Stelle würde ich tatsächlich sagen, mal mit Kamada und vorne Lammers. Okay. Also Kamada, so ein bisschen hängende Spitze, also 4-4-2 nicht ganz straff, sondern ihr wisst ja, wie ich es mache. Okay. Das wäre jetzt so die Ausstellung, mit der ich zumindest erst mal anfangen würde und dann mal gucken, ja, an welcher Stelle man dann, wie gesagt, Younes vielleicht noch mit reinbringen kann. vielleicht auch anstatt Lindström-Holge noch irgendwie ein bisschen wechseln. Aber wie gesagt, also ich denke, so könnte ich auf jeden Fall mit einer Aufstellung leben. Marvin, geht euch das ähnlich? Du hast gezuckt. Naja, ich würde in der Defensive das ein bisschen anders machen. Bei mir sieht es 4-4-2 ein bisschen anders aus. Ich würde Lenz hinten hinstellen, Hinteregger, Dicker und auf der Rechtsverteidiger-Position würde ich es im Optimalfall wahrscheinlich mal mit einem Touré probieren. Also wenn jetzt alle fit sind und alles geht. Genau, das ist die Prüfung. Alle sind fit, alles geht, du hast die freie Auswahl. Genau, würde ich rechts auf Touré zugreifen. Ich kann aber das Argument von Dennis verstehen, dass ein Durm auch positive, auch gegen Bielefeld wieder positive Akzente gesetzt hat. Kann man machen. Ich würde mal auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall machen. Ich würde trotzdem auf Touré setzen. Klar, Tor ist eh klar. Mit Rapp im defensiven Mittelfeld. So in Rode. Und als Backup für Rode dann dementsprechend unsere Neuerwerbung. Das ist, glaube ich, eine super sichere Sache, dass wir, das ist auch gut, deswegen, dass wir ihn verpflichtet haben, Jakic, dass er dann, ja, für einen oftmals verletzten Rode reinkommen kann. Dann würde ich links Kostet stellen, also ihn wirklich auf die linke Mittelfeld-Position. Auf die rechte würde ich mit Höge gehen und im offensiven Mittelfeld, da haben wir natürlich jetzt die Schwierigkeit, was machen wir da, weil im offensiven Mittelfeld hast du eigentlich sehr, sehr viele. Da hast du Lindström, da hast du einen Optimalfall, einen Younes, da hast du einen Barkok. Ja, es ist schwierig. Kamada, Bore. Kamada, Kamada, ja, für mich ist es so, dass ich dann eher sage, ja, vielleicht würde ich Kamada da hinsetzen, mal gucken. Oder ich lasse es ein bisschen, ja genau, wie du es eben angesprochen hast, würde vielleicht Bore ein bisschen zurückziehen und dann mit Bore und Lammes spielen. Ja. Patricia. Ja, ähm, schwierig. Ja, das ist korrekt, deswegen wollte ich es ja machen. Ja, mein Problem ist in der Offensive, aber ich fange einfach hinten an. Ich glaube, da habe ich sogar die gleiche Aufstellung wie Marvin. Das müsste dann die Viererkette sein mit, also klar, Trab im Tor, Viererkette, Lenz, Indika, Hinti und Touré würde ich auch mitgehen. Ähm, dann würde ich aber, glaube ich, sogar ein 4-2-3-1 erst mal anstreben. Weiß halt nicht, fällt mir sehr schwer, aber die zwei Sechser, so gesetzt und Rode, Jakic auch in so einer, die teilen sich die Position, weil Rode eh nicht alle Spiele machen wird und Jakic muss man, wie Dennis schon gesagt hat, würde ich gerne erst mal sehen, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie weit ist er, passt das jetzt ganz gut oder nicht, aber würde ich jetzt erst mal davon ausgehen. Ähm, und dann, würde ich sagen, dann hast du ja die drei offensiven Spieler erst mal hinter dem Stürmer. Links Kostic, rechts Hauge in der Mitte habe ich ein Problem, weil ich irgendwie mich, also Yunus stelle ich erst mal hinten an, bin aber aktuell so ein bisschen zwischen Kamada und Lindström, die sich vielleicht aber auch ein bisschen einfach belastungssteuerungsmäßig abwechseln könnten. Mal ist der eine Joker, mal ist der andere Joker, weiß ich nicht, oder wer sich dann letztendlich doch am besten durchspielt und dann vornherein Lammers, wobei mir das dann auch, ich finde es ein bisschen unfair, Bore auch gegenüber ihm jetzt einfach rauszunehmen, weil Ja, das ist es. Ich finde halt nicht, also klar, er kam nicht so wirklich zum Zug, aber das liegt halt, es war gar nicht, es hing ja nicht an ihm, also er war ja auch bemüht und er hat viel getan und es ist halt einfach nicht seine Position und sein Spiel gewesen, weswegen ich dann gern noch so ein Parallelsystem hätte, wo ich dann doch auf Doppelspitze gehe und dann dafür einen der Offensiven vorne rausnehmen, was aber auch wieder schwierig ist, weil wen nimmst du dann da raus, würde aber tatsächlich auch gerne mal Lammers und Bore mal zusammen sehen, einfach um zu schauen, wie entwickelt sich dann auch Bore, der sich ja eigentlich auch gerne einen Sturmpartner mal gewünscht hätte, weil das offensichtlich auch nicht sein Spiel ist als einzige Spitze und ich auch gern sehen würde, was er machen kann, so als wuselige, hängende Spitze oder zweiter Stürmer, deswegen, ich würde das, ich sage mal, gegnerabhängig ein bisschen variieren und das ist ja auch, was die Eintracht so vorhat, ein bisschen variabler und flexibler zu sein und ich glaube, das ist ja ganz gut gelungen, so wie man sieht, wie wir hier alle schon strugglen und nicht wissen, wen wir wo aufstellen sollen und wen wir auch draußen sitzen lassen sollen, weil das ist wirklich, also ich wäre jetzt gerade nicht gern Oliver Glasner, weil ich wäre noch nicht wirklich sicher, welches System ich spielen will, noch wüsste ich, welchen Spieler ich auf die Bank setze und wie ich ihm das erklären soll, weil irgendjemand wird mal draußen sitzen, der eigentlich, wo man sich denkt, der könnte aber auch Startelf spielen, das hat was Gutes, ist aber auch irgendwie immer schwierig, dem Spieler gegenüber das zu vermitteln und ihm motiviert zu halten und ja, wird sich zeigen, aber ich tue mich sehr schwer noch. Wen hattest du jetzt bei dem 4-2-3-1, mit dem du angefangen hast, in der Mitte zwischen Kostic und Kamada-Linström, da habe ich es genauso wie auf der 6er-Position mit, die teilen sich das ein bisschen, dass die so Joker-mäßig, Belastungssteuerungsmäßig, mal spielt der, mal spielt der andere, je nachdem, wer sich durchsetzt dann auch, vielleicht zeigt einer ja auch konstant bessere Leistungen, dann wird der wahrscheinlich auch den anderen verdrängen, aber ja. Ich bin ziemlich genau von der Aufstellung bei dem, was Patricia hat. Ich schwanke tatsächlich auch in meiner Wunschaufstellung immer so permanent zwischen einem 4-2-3-1 und einem 4-2-2-2. Entweder halt eben mit noch einem Zehner in der Mitte oder halt eben nicht. Ich könnte mir tatsächlich ein 4-2-2-2 ganz gut vorstellen, weil ich glaube, dass Höge auch jemand ist, der tatsächlich mit dem Ball mehr in die Mitte zieht und dann hättest du da ja noch jemanden, der hinter den Spitzen agierst, aber das sind so die beiden, zwischen denen ich bin. Ich habe jetzt aber auch mal das 4-2-3-1 aufgeschrieben, was tatsächlich ziemlich gleich ist mit dem, was Patricia gerade gesagt hat. Und dann würden leider momentan Younes und Bure da so ein bisschen rausfallen, was auch schwierig ist. Ja, über wen wir hier gar nicht gesprochen haben, ist Rustic. Das ist auch total krass. Auch der ist, ja, deswegen habe ich die Übung gemacht, weil ich wissen wollte, ob ihr Rustic setzt oder nicht, weil ich habe den ja in meiner Kickbase-Mannschaft, dann würde ich den jetzt versuchen in der Länderspielpause noch zu verkaufen, weil der bringt mir dann keine Punkte mehr. Naja, genau. Nein, aber es ist schon der Mahn. Ja, ist schwierig. Also da siehst du auch, der Kader ist schon groß. Der Kader ist auch teilweise sehr gut besetzt und die Spieler, und man muss ja auch wirklich sagen, es fehlt halt teilweise dann, ihr habt es richtig gesagt, in meiner Aufstellung, Bore fällt raus eigentlich total blöd, weil er sich wirklich bemüht. Er ist ein Vollgasspieler und so jemanden, den brauchst du ja auch. Er hat natürlich jetzt ein bisschen das Abschlusspech und wie gesagt, sozusagen dieses Glück, was du einfach auch im Abschluss manchmal brauchst. Und wenn das da ist und er zum Beispiel mit Lammers jemanden hat, der ihn gut bedient und er vielleicht dadurch ein bisschen noch mehr zum Zug kommt, noch näher am Tor vielleicht auch ist. Ja, das sind alles so Situationen. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch froh, dass jetzt der Kader steht, Länderspielpause ist, wie im Endeffekt die Spieler sich vielleicht ein bisschen aneinander noch gewöhnen können und wir dann hoffentlich auch einfach diesen Flow. Marvin hat vorhin, glaube ich, so schön ausgedrückt, die Mannschaft braucht sicherlich ein bisschen, um zusammenzufinden. Die Zeit hast du in Anführungszeichen nicht. Du musst sie aber trotzdem den Spielern gewähren. Und das ist hier eigentlich das Wichtige, dass wir hier auf jeden Fall alle möglichen Spieler haben, die super Fußball spielen können. Glasner hier ein System finden muss, was irgendwie funktioniert. Und ich denke, und da kommen wir sicherlich dann auch gleich beim Bielefeld-Spiel nochmal dazu im Rückblick, die Viererkette, und da sind wir uns ja offensichtlich alle einig, scheint eher das Mittel zu sein, was wir gehen. Das sind alles so punktuelle Verbesserungen und Änderungen, die hoffentlich am Ende auch dazu führen, dass einfach dieser kleine, es fehlt wahrscheinlich nicht viel im Rädchen, damit auch wieder eine erfolgreiche Elf hier steht. Nicht mehr dieses, oh Gott, oh Gott, jetzt haben wir von den ersten drei Spielen aber nicht so wirklich viele Punkte eingesammelt. Das kann sich auch schnell ändern, glaube ich wirklich. Also wenn ich den Kader und wenn ich euch auch so reden höre und wenn man dann sieht, oh, der wird ja gar nicht berücksichtigt, oh, was macht denn der jetzt auf der Bank, der kann doch auch noch Akzente setzen. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier gut aufgestellt sind, um auch tatsächlich gegen stärkere Mannschaften mithalten zu können. Was es am Ende gibt, das wissen wir alle nicht, aber schauen wir mal. Ich finde das auch ganz schön, dass das ja mit relativ kleinen Umstellungen sich komplett verändern kann, die Spieldynamik auch. Also wie schnell bist du von meinem 4-2-3-1 bei einem 4-4-2, wenn du einfach einen offensiven Mittelfeldspieler rausnimmst, dafür den zweiten Stürmer einwechselst, hast du schon ein ganz anderes System, wahrscheinlich auch eine andere Spieldynamik und man darf auch nicht vergessen, ich würde jetzt die Fünferkette beziehungsweise Dreierkette nicht ganz ausschließen. Also wir haben ja auch noch einen Tutor auf der Bank, der klar als erstmals Ersatz ist für Hinti oder Indica, aber du kannst es ja auch, wenn es irgendwie erforderlich ist, umstellen und dann einfach dein altbewährtes System mit einem Kostic-Flügelspieler und dann spielt halt Duom oder Touré oder da Kosta den anderen Flügel, je nachdem. Das kannst du ja auch in der Halbzeit einfach umstellen. Deswegen, ich finde das schön, dass die Möglichkeiten bestehen und dass man sich da jetzt auch nicht mehr, weil mit Hütter hat das ja erst mal mit der Viererkette, da hatten wir auch nicht das Spielermaterial, das hat gar nicht geklappt. Du hättest einfach nicht umstellen können und ich habe das Gefühl, jetzt langsam fühlt sich die Mannschaft auch in mehreren Systemen sicher und das ist irgendwie auch eine große Bereicherung. Von daher bin ich da recht zuversichtlich, was das angeht. Bin ich voll bei dir auf jeden Fall und du hast auch durch diese Umstellung oder diese Flexibilität natürlich diese Vakanz, der Du musst unbedingt noch einen Innenverteidiger verpflichten, ein bisschen umgangen. Das ist der falsche Ausdruck, aber du hast ja auch mit Ilsanke, du hast mit Hasewe, du hast mit, du hast einige Spieler, die natürlich auch da hinten noch, du hast Tuta, ich glaube, genau, habt ihr vorhin auch schon angesprochen. Das sind schon Spieler, die natürlich in Innenverteidigung schon gut auch arbeiten können und die im Endeffekt nicht sind, oh Gott, da ist jetzt ein riesen Leistungsabfall, der überhaupt nicht funktioniert. Nein, du musst wirklich sagen, diese Flexibilität, das fällt einem erst so auf. Deshalb vielen Dank, René, dass du die kleine Übung hier mit uns machst, weil man sich dann erst richtig bewusst wird, der Kader gibt schon einiges her, auch wenn wir oftmals, und das hoffen wir aber trotzdem ja auch, am Ende eine Wunschelf haben, die auch in Regelmäßigkeit zusammenspielt und nur durch kleine Änderungen sich im Endeffekt angepasst wird an vielleicht einen oder anderen Gegner. Trotzdem ist es schön, dass du diese Flexibilität hast. Deshalb patriert es ja völlig korrekt. Man darf auf keinen Fall sich jetzt wieder auf ein System hier nur einschießen und die anderen gehen gar nicht. Finde ich super. Finde ich wirklich toll, dass wir hier, ja, das macht mir auch mehr Lust und Laune auf die nächsten Spiele und die nächsten Spieltage, denn ich muss sagen, nach dem letzten Spiel war ich schon etwas deprimiert und niedergeschlagen, aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Ich würde sagen, dann lass uns tatsächlich mal in die Richtung abbiegen, der Marvin hat auf jeden Fall gesagt, er wollte nicht so lange machen und jetzt überziehen wir hier schon gerade los. Vielleicht jeder kurz zwei Sätze zu Bielefeld. Man fragt sich am Ende immer, woran hat er gelegen? Marvin, was war gut, was war nicht gut? Also im Endeffekt kann man ja ganz kurz sagen, dass das Spiel nach vorne weiterhin leidet, dass wir halt noch keine Stimme hatten. Das ist natürlich schon ein Problem. Einen hauptsächlichen Abnehmer, der hat gefehlt, was mir über weite Strecken gut gefallen hat, war, die eine gute Ballbehandlung war das Spiel, was wir zum 1 zu 0 gesehen haben. Also man kombiniert sich durch, das ist in Ordnung. Wir haben auch so beide defensiven Mittelfeldspieler haben ja positive Akzente gezeigt. Wir haben es bei Russisch ja schon angesprochen, der offensiv sehr umtrieblich war. Der Chip auf Boree war eine richtig nice Nummer. Defensiv sah das halt wesentlich schwieriger aus. So ist ein extrem starker Spieler, der viel ausgeputzt hat, eine Passquote von 90 Prozent, 70 Prozent Zweikampfquote, extrem viel gelaufen, ist ein enorm guter Spieler. Für mich wie der Spieler des Spiels, könnte man meinen. Und was ich noch positiv mitnehmen will, ist, dass sich zumindest ein Passienz ja bemüht gezeigt hat, in welche Richtung das geht. Das werden wir sehen, was ich nicht nachvollziehen kann, was für mich ja immer noch ein bisschen absurd bleibt, bleibt der mysteriöse Einfall, dass wir spätestens mit der Halbzeitpause um das 1 zu 1 gebettelt haben. Das erschließt sich mir nicht und das muss auch aufgearbeitet werden. Vielleicht gehört es zu dieser Gesamtsituation, dass es nur ein bisschen merkwürdig ist. Hätten wir vorher das 2 zu 0 gemacht, wäre das nicht so dramatisch vielleicht gewesen. Aber das muss aufgearbeitet werden. Aber da habe ich Hoffnung und bin mal auf eure Expertise gespannt, ob ihr mir das erklären könnt, was wir zum 1 zu 1 da so gemacht haben. Patricia, kannst du das dem lieben Marvin mal kurz erklären? Nee, leider nicht. Schade. Ich stehe vor einem gleichen Problem. Also, ja, ich kann es mir nicht erklären, warum das immer passiert. Einfach, also, ich kann es mir so ein bisschen herleiten. Es ist klar, du machst vorne einfach deine Dinger nicht. Es gibt viele Chancen. Man spielt sich auch gute Möglichkeiten heraus, was schon mal positiv ist. Ich meine, je öfter das passiert, irgendwann wirst du auch treffen und das wird sich belohnen. Und dann kommst du auch besser ins Rollen, wenn da irgendwie mal in einem Spiel vielleicht auch mal mehr Tore fallen. Das sorgt aber auch für Entlastung. Also, wenn du zwei oder drei Tore machst aus deinen diversen Chancen, dann ist es auch eben nicht mehr so schlimm, wenn du eins kassierst. Und dann stehst du da auch irgendwie nicht mehr doof da und hast am Ende doch wieder zwei Punkte verloren, die du eigentlich gedacht hast, diesmal wirklich mitzunehmen. Ja, ich glaube, du hast einfach zu wenig Entlastung letztendlich dadurch, dass es vorne noch nicht rund läuft. Und klar, das ist keine Entschuldigung. Da musst du trotzdem weiter dagegenhalten. Du schaffst es ja auch, eine lange Zeit dir kein Gegentor zu fangen. Und dann fällt es halt. Einfach, weil du dann irgendwann unter diesem Druck zusammenbrichst und die andere Mannschaft aber ja auch merkt, hey, es geht ja noch was und daraus ja auch Kraft schöpft. Also, du darfst den Gegner da ja auch nicht rausrechnen. Der rechnet sich ja dann auch was aus, wenn er merkt, hey, die machen hier irgendwie ihre Chancen nicht und wir kommen immer besser zu unseren Möglichkeiten. Ja, und dann passiert es halt. Und von daher glaube ich, das hängt auch viel damit zusammen, wenn man selbst vorne ein bisschen kaltschnäuziger wäre, dass sich das hinten auch regulieren würde, so ein bisschen. Mal schauen, wie das jetzt wird, aber das muss auf jeden Fall abgestellt werden, weil es ist ja auch absolut ärgerlich. Also, du merkst ja, du hättest sowohl gegen Augsburg als auch in Bielefeld eigentlich das Spiel gewinnen können und sogar müssen. Letztendlich geht das unentschieden, ja, finde ich in Ordnung. Bielefeld hat sich dann auch reingekämpft, hat dann auch, also man kann ja letztendlich auch froh sein, nicht noch ein Tor kassiert zu haben. Oh ja. Von daher auch, der Punkt ist verdient, aber hätte nicht so weit kommen müssen. Das kann man jetzt positiv sehen. Man weiß, man kann überlegen sein, man kann sich das auch herausspielen, aber muss es dann halt auch bis zum Ende durchziehen und ich glaube, da muss jetzt angesetzt werden, dass man das irgendwie in den Griff bekommt, dass das eben nicht passiert und dann bekommt man auch die Punkte und das Selbstvertrauen und die Tabellensituation verbessert sich und ich glaube, dann nimmt das alles eine andere Dynamik an auch. Ja, du fasst es gut zusammen. Bin ich bei dir, ja. Ich lerne und stimme dir auch vollkommen zu, dass die Bielefelder diesen Punkt mehr als verdient haben und man hätte fast aufpassen müssen und Angst haben müssen. Die Bielefelder haben ein super Spiel gemacht und da muss man ja auch mal erst mal Respekt dem ganzen Zollen, smart gewesen und sich das alles redlich verdient. Also wenn die weiter so kämpfen, wie sie das jetzt am Samstag gemacht haben, dann sieht es auch weiter gut aus in der Bundesliga für die. Stimmt, aber man muss auch sagen, es ist tatsächlich ein, also meiner Meinung nach, war es auch von der Eintracht ein Mentalitätsproblem in der zweiten Halbzeit, weil spielerisch habt ihr völlig richtig gesagt, eigentlich hattest du die Klasse, du müsstest auch vom Kader her, wenn du die Kader direkt vergleichst, hätte das eine eindeutigere Nummer werden müssen und du hättest eigentlich die Dominanz, die du in der ersten Halbzeit gezeigt hast, auch in der zweiten Halbzeit zeigen müssen und auch können meiner Meinung nach. Was ein bisschen das Problem war, war und das ist mir wirklich total negativ aufgefallen, dass wir jeden zweiten Ball verloren haben dann auch noch, dass du die Bälle hoch reinbekommst und sie klärst und die dann irgendwo hinfallen, das kann passieren, aber dann muss im Endeffekt da die Mentalität da sein, dass du mit Vollgas im Endeffekt den nächsten Spieler anläufst oder auch schon den Ball entsprechend körperlich so annimmst, dass du im Endeffekt wenigstens den zweiten Ball gewinnst. Wenn du den ersten nicht gewinnst, auch im Angriff hatten wir da einige Bälle, wo man gedacht hat, gut, die langen Flanken vorne auf Boré die lange, hohe Bälle zu schlagen, das war jetzt nicht unbedingt die ideale Idee, aber dann musst du eben auf die zweiten Bälle lauern. Da brauchst du die Mentalität, du brauchst die Power, du brauchst die Körperlichkeit und das hat in der zweiten Halbzeit gegen Bielefeld total gefehlt, hat unter anderem ja auch zu der einen oder anderen Chance dann geführt und dementsprechend bin ich voll bei euch. Das muss man am Ende sagen, war ja dann teilweise fast Glück, dass du nur ein Tor gefallen hast, auch so spät, eine 86. Minute und nicht schon vorher, weil dann wäre es nochmal ein richtiger Eierlauf gewesen und zu verlieren gegen Bielefeld wäre noch bitterer gewesen, so war es schon bitter genug. Ich finde aber, die Klasse haben sie gezeigt, dass die Eintracht es kann. Das Problem war meiner Meinung nach wirklich eher, dass teilweise dieses 110 Prozent geben, Mentalität, die zweiten Bälle ein bisschen mit mehr Mentalität und mehr Präsenz einfach zu holen, denn das ging mir wirklich auf die Nerven, dass es einfach jeder zweite Ball ging verloren und hat entweder eine gute Chance für Leverkusen, äh für Leverkusen sei schon, für Bielefeld gegeben oder wir haben im Endeffekt unsere Chancen, die wir vorne hatten, waren dann einfach vertändelt und das ist natürlich was, das kannst du gegen Bielefeld dann machen, die es vielleicht nicht ganz so konsequent ausnutzen, weil ansonsten, wenn da eine andere Mannschaft gestanden hätte, die ein bisschen abgezockter ist, dann hätten wir wahrscheinlich das ein oder andere Tor noch zusätzlich gefangen. Das darf, das muss sich auf jeden Fall in den nächsten Spielen ändern, denn nicht jeder geht auch so fahrlässig und das muss man wirklich sagen, sowohl die Eintracht ist fahrlässig mit den Chancen umgegangen, so ist es aber auch bei Bielefeld gewesen, auch gerade, ja, da war doch die ein oder andere Chance dabei, auch das Klären von Hinti auf der Linie und so weiter, da hätte es schon sehr früh auch es nochmal gegen uns klingeln können und das ist natürlich was, muss einfach geguckt werden, das muss abgestellt werden, weil eigentlich hat es der Kader, selbst der Kader, der da am Wochenende stand, der jetzt ja nochmal verbessert wurde und vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle umgeendet wurde, hat es schon drauf zu gewinnen, das haben sie in der ersten Halbzeit gezeigt, irgendwie hat man es aber dann verloren in der zweiten und das ist für mich eigentlich nur mit einem Mentalitätsproblem zu erklären, einfach die Power hat gefehlt, dieses 110 Prozent geben, den Wille, der absolute Wille, diese Bälle zu gewinnen, insbesondere die zweiten Bälle, so viel der Take von mir zu Bielefeld, weil das hat mich genervt und wenn ich das hoffentlich in zwei Wochen dann nicht sehe beim Spiel, dann bin ich schon sehr zufrieden. Ich hätte jetzt nicht gesagt Mentalität, wobei das da auch ein bisschen reinspielt, sondern tatsächlich so das Thema Selbstvertrauen. Ich glaube, zweite Bälle haben wir mehr als genug gewonnen. Das Problem ist, dass wir sie vorher unnötig im Mittelfeld oder mit zu behastetem, langen Abspiel verloren haben. Die Mannschaft war aus meiner Sicht einfach nervös, hat zu früh versucht, mit der Brechstange da irgendwie dran zu gehen, dieser Spielzug, wo das 1-0 gefallen ist, nee, 0-1 war in Bielefeld, der war tatsächlich einer, den wir mal ruhig zu Ende gespielt haben mit einer gewissen Kaltschnäuzigkeit und Übersicht und in den Zeiten dazwischen waren wir zu nervös und nach meiner Wahrnehmung haben wir auch nicht in der zweiten Halbzeit damit angefangen, sondern es ging schon ab der 30. Minute rapide nach unten. Da hat man es vielleicht noch nicht so gemerkt, weil Bielefeld da auch noch nicht so richtig unterwegs war, aber sie haben halt in der Halbzeit die richtigen Schlüsse draus gezogen und uns dann halt immer mehr unter Druck gesetzt und am Ende fand ich gar nicht, dass Bielefeld so verschwenderisch mit ihren Chancen da war. Da waren geile Chancen dabei. Da haben wir halt einfach nur wahnsinnig Glück gehabt, dass da ein Hinti oder ein Indica einfach glücklich im Schussweg stehen. Ansonsten hätten wir uns halt nicht beschweren dürfen, wenn das Ding halt 3-1 für Bielefeld da ausgeht. Da fehlt halt so ein bisschen, ja, die Ruhe, das Selbstvertrauen, vielleicht auch die Mentalität und ich glaube, das sind tatsächlich Dinge, weil da musst du den Leuten nicht mehr Fußball beibringen, sondern da geht es halt wirklich nur noch darum, eine Mannschaft aus denen zu formen, die da auf dem Feld stehen. Ich glaube, das ist etwas realistisch, mit dem man jetzt in diesen zwei Wochen Länderspielpause arbeiten kann. Ja, also mit Mentalität, also weiß ich nicht, ich wäre jetzt ein bisschen vorsichtig. Also die sind halt auch einfach in dieser Aufstellung noch nicht so eingespielt. Ja, das ist ja das, was ich meine mit Selbstvertrauen. Ja, der Aspekt des Selbstvertrauens, da gebe ich dir vollkommen recht. Und wie gesagt, auch Dennis hatte gemeint, dass man diesen Willen nicht hundertprozentig sieht. Das geht mir auch ein bisschen zu weit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da einer mit 70 Prozent oder so spielt. Die wissen noch nicht hundertprozentig, wie sie mit ihren Spielern zusammen agieren müssen. Das ist neu, das ist halt ein Problem, dass auch vieles halt erst zu spät dazu gewechselt wurde. Ich meine, andere Mannschaften hatten mehr Eingewöhnungszeit und die machen es auch besser und haben es aber auch so besser gemacht. Also ich meine, ich nehme die jetzt in Schutz, aber ich muss ja trotzdem auch sagen, andere haben es früher besser gemacht und haben jetzt schon mehr gepunktet. Die Kölner machen das sehr gut. Die haben interessante Verpflichtungen, zumindest auf Kurzfristigkeit getätigt. Mal gucken, wie lang sich das auswirkt. Also wir müssen abwarten und trotzdem, ich glaube, die Mentalität in der Truppe stimmt erst mal. Alles andere müssen wir dann einfach abwarten. Und vielleicht hat Glasner, ich würde ihm auf jeden Fall noch alle Möglichkeiten geben. Ich habe das Gefühl, dass er da der richtige Mann durchaus ist. Und wenn er jetzt seine Ruhe reinbekommt und ich denke, ich denke, das hat ihm massiv gestunken, diese Scheißunruhe, diese Abreden von Bobic, die ganze Zeit wechselt noch jemand. Also das hat ihm auch, glaube ich, zugesetzt. Und jetzt ist eigentlich, eigentlich beginnt jetzt die Zeit, wo er das Gefühl hat, jetzt kann er mit seinen Spielern zusammenarbeiten. Ja, das glaube ich tatsächlich. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also jetzt ist der Kader zusammen. Jetzt kann man schauen, was hat man, wie stellt man auf. Und ab jetzt finde ich es auch, glaube ich, seriöser zu bewerten, was da jetzt bei rauskommt nach der Länderspielpause. Klar, da muss man auch jetzt erst mal sagen, noch ein, zwei Spiele. Das muss ich finden. Das sowieso. Man hat jetzt viele neue, junge Spieler, die integriert werden müssen. Vielleicht wird auch die Saison nicht so, das hatten wir auch schon am Anfang festgestellt, nicht so wie die letzte Saison. Ziemlich sicher wahrscheinlich sogar nicht. Aber es wird jetzt einfacher, so mal ein bisschen einzuschätzen, wo kann das Ganze hingehen? Weil bisher war das ja irgendwie eher so ein halbfertiger Kader, von dem man nicht wusste, wie das jetzt weitergeht. Jetzt weiß man es. Und jetzt kann man es, glaube ich, auch besser bewerten, auch wenn die Aufgaben nicht leichter werden. Also ich meine, nach der Länderspielpause Stuttgart, dann ist, glaube ich, schon Euroleague und dann Wolfsburg. Ja, also wird wild. Aber ja, sind ja dann auch Aufgaben, an denen man sich vielleicht messen kann. Und wenn du erfolgreich abschließt, natürlich da auch schön drauf aufbauen. Da kannst du eine schöne Serie auch draus machen. Und es hat ja immer die zwei Seiten, wenn du so schnell hintereinander auch viele Gegner, auch teilweise, ja, die auch einen Anspruch haben, in der Tabelle mindestens mit uns zu konkurrieren oder auch drüber zu stehen. Das kann schon, das ist schon eigentlich eine geile Sache, dass dann auch jetzt, uns tut die Länderspielpause jetzt, glaube ich, ganz gut, einfach um auch den Spielern hier noch ein bisschen Zeit zu geben und anzukommen, ein bisschen zusammenzufinden. Aber Patrizia, genauso ist es. Eigentlich müssen wir jetzt da Vollgas geben und ab Stuttgart im Idealfall eine kleine Serie hinlegen. Und schon ist dieses ganze Thema, dann interessiert mit Kostic, Junis und so weiter, es interessiert dann gar kein Schwein mehr. Das ist ja das Schöne. Das wird jetzt alles so hochgekocht, weil es einfach ein bisschen kriselt, weil es einfach nicht so läuft bis jetzt. Alles gut. Sobald hier mal wieder ein bisschen der Befreiungsschlag da ist, die Tore fallen. Und das habt ihr vorhin auch genau richtig gesagt. Du musst einfach vorne in der Offensive genug Tore wieder machen. Deine Chancen konsequent nutzen. Dann interessiert es hinten auch keinen, ob da ein, zwei Dinger reinfallen. Das muss einfach, es muss jetzt einfach der Knoten platzen und da hoffe ich auch einfach auf das Stuttgart-Spiel und dann passt das doch. Ja. Ich glaube, mehr brauchen wir jetzt zu diesem Spiel, Bielefeld-Spiel auch nicht mehr zu sagen, sondern wir machen hier ganz schnell noch eine kurze Empfehlungsrunde. Da hat der Marvin noch was eingetragen und dann begeben wir uns hier mal auf die Zielgerade. Lieber Marvin, was möchtest du uns empfehlen? Ja, ich will euch eigentlich nur empfehlen für die Wrestling-Fans, die es hier gibt. Wir haben ja Transferphase jetzt wilde Zeit gehabt hier beim Fußball und es gibt auch im Wrestling wieder eine wilde Zeit und da zu Zurückkehrern, zu Topstars, CM Punk beispielsweise, einer der absolut größten Wrestler, glaube ich, der letzten Jahrzehnte, ist wieder zurückgekehrt und zwar nicht bei der WWE, sondern bei AEW und da haben wir beim Ringfuchs. Unter anderem zu dieser ganzen Gemengelage, es gibt Daniel Bryan oder Bryan Danielson, je nachdem, wie man ihn kennt. Bisher wird ja auch gerichtet, dass er zurückkehrt. Insofern hört euch das mal an. Wir bewerten diese ganze Situation, schauen, wie die WWE damit umgeht und ich glaube, das lohnt sich für den einen oder anderen Wrestling-Affinen. Das ist mein Tipp. Sehr schön. Haben wir da auch noch kurz eine Empfehlung von einem der vielen Podcast-Projekte von Marvin untergebracht. Dennis, Patricia, habt ihr noch Dinge, die ihr empfehlen möchtet? Nein. Ich nicht. Falls es jemanden interessiert, Vinicius hat jetzt auch einen neuen Leihclub gefunden, weil wenn es nicht die SGE geworden ist, es ist jetzt Eindhoven geworden, habe ich gerade gelesen. Ja. Die leihen den wohl für zwei Jahre aus als Malen-Ersatz und haben eine Kaufoption. Falls es irgendjemand noch nicht mitbekommen hat oder es irgendjemand interessiert, da hat es ihn hin verschlagen. Ansonsten, ich habe keine Empfehlung. Empfehlung, nicht richtig, aber eine Bitte. Und zwar eine Bitte, die ihr von heute an genau in dreieinhalb Wochen einlösen könnt. Das sind nämlich Bundestagswahlen und ich bitte darum, dieses demokratische Grundgut in Anspruch zu nehmen und doch bitte wählen zu gehen. Also mehr Bitte als Empfehlung. Ja. Ich glaube, damit haben wir dann auch für heute alle Themen untergebracht. Es war dann doch ein bisschen eine längere Sendung als gedacht. Aber wir hatten natürlich auch viel zu besprechen. Den Ausblick auf kommende Spiele lassen wir jetzt bewusst weg, weil eben, wie jetzt schon mehrmals erwähnt, Länderspielpause ist. Stuttgart ist jetzt zwei Wochen hin. Bis dahin fließt sprichwörtlich und bekanntlicherweise noch viel Wasser denn Main runter. Von daher können wir da heute nicht viel sinnvoll dazu sagen. Dann werden wir uns dann vielleicht nächste Woche mit beschäftigen. Dann wünschen wir euch da draußen aber auf jeden Fall eine wunderschöne Länderspielpause. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen mal mit dem Kader rumspielen und uns in den Kommentaren oder auf Twitter schreiben, was so eure Wunschaufstellung tatsächlich wäre. Das würde mich interessieren. Vielleicht habt ihr ja komplett andere Ideen, als wir sie haben. Und ansonsten melden wir uns dann in der nächsten Woche, denke ich, in gekonnte Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, 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 that's got a run for, hey, 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 that's got a run for. Hey, hey, that's got a run for, hey, 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 that's got a run for. Hey, 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 that's got a run for.